Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich rede heute mit Imk über unsere Position, den freien Diskurs, über einige Sachen, die mir aufgefallen sind und die wir beide, glaube ich, anders sehen, um es mal so allgemein zusammenzufassen. Denn du hast ja vor einiger Zeit schon auf meine Diskussion mit Baba Bartonek reagiert und meintest, also du hast da einige Sachen gesagt, die ich dann anders sehe und da hatte ich halt geschrieben, hey, lass einen Talk machen und dann hast du gesagt, hey, können wir machen und ja, jetzt sitzen wir hier. Genau. Es sind teilweise Sachen, die du so siehst, die ich, glaube ich, auch mal so gesehen habe, von denen ich mit der Zeit so ein bisschen mehr Abstand genommen habe und dachte, war das überhaupt eine gute Idee, das zu denken? Also, ich wollte kurz zusammenfassen. Ja, dann fass mal zusammen. Naja, also du hast ja, glaube ich, im Sinne des freien Diskurses gesagt, man kann ruhig mit jedem reden und man kann auch mit jedem hier so einen Talk machen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich habe da so Bedenken, dass sich ein paar Leute da reinmischen könnten, die nichts Gutes im Schilde führen und die ihrerseits auch gar nicht wirklich an einem richtigen Diskurs interessiert sind, sondern eigentlich dich da quasi ausnutzen, um Werbung für ihre komische Sache zu machen. Und was auch immer das jetzt ist. Also, es gibt ja verschiedene Akteure gerade und die wollen dann da ihre Partei oder ihre Organisation oder irgendetwas bewerben und interessieren sich vielleicht auch gar nicht so sehr für deine Seite, wie sie das vorgeben, sondern sie denken einfach nur, ach, da ist so ein junger Typ und dem gucken einige Leute zu, da kann ich ja vielleicht rein und ein bisschen Werbung für mein Zeug machen. Und ich weiß nicht, ob man diese Leute so unbedingt dabei haben muss und ich würde jetzt auch nicht sagen, es gibt Personen, mit denen niemand reden kann, aber ich glaube, man muss denen auch schon gewachsen sein und man sollte nicht irgendwie naiv reingehen und sagen, ich mache jetzt mal hier einen Talk mit dem Anführer von irgendeiner gruseligen Gruppe oder so, sondern das sollte dann vielleicht jemand sein, der ähnlich rhetorisch geschult ist oder von diesen, ja, der irgendwelche, also ich, ne, du hast rhetorisch schon eine Menge drauf, ich schätze dich ja auch sehr, du bist auch ein kluger Typ. Ich glaube nur, es gibt da so gewisse Tricks, die man auch als kluger Mensch kennen muss, um da richtig mit umgehen zu können. Und ich glaube halt auch nicht mehr dieses, ja, alle sagen halt einfach ihr Ding und, ne, alle bringen irgendwie ihr Thema rein und diskutieren dann darüber und der Zuschauer entscheidet dann, was am cleversten ist, weil ich glaube, viele Zuschauer sind dafür zu verblendet oder zu blöde. Also nicht alle, aber ich glaube, bei uns sind wahrscheinlich auch ein paar Leute, die sowas verstehen. Wir reden ja oft auch über gewisse Themen, aber ich glaube, es gibt einige Leute in der Gesellschaft, die, ja, die lassen sich leicht mitziehen in irgendeine komische Richtung. Hat man in der Geschichte ja auch mehrmals gesehen, dass da Dinge passiert sind, wo irgendein Demagoge das Volk in eine Richtung gelenkt hat und die dann angefangen haben, Kriege anzuzetteln oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja, aber das ist schon der erste Punkt, wo ich widersprechen würde. Also ich glaube nicht, dass die meisten Menschen zu blöd sind, um politische Zusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, es liegt am Mangel im Interesse. Also wenn du dir jetzt einen Durchschnitts-IQ der Menschen ansiehst, dann haben, glaube ich, 80 Prozent der Menschen, korrigiert mich, wenn die Zahl falsch liegt, einen IQ von 85 oder darüber. Das heißt, ein IQ, der dich auf jeden Fall dazu befähigt, so ziemlich alle politischen Zusammenhänge, die du verstehen musst, alle wirtschaftlichen Zusammenhänge, die du verstehen musst, verstehen zu können. Weißt du, mit IQ 85 versteht man das? Der IQ, der ist normal verteilt. Achso, würde ich sagen, das ist ja jetzt ein leicht unterdurchschnittlicher IQ und der IQ, der kann durch Training ja durchaus um, ja, 10, 15 Punkte schwanken. Also bei der gleichen Person. Ja, schon, aber ich glaube schon, so ein IQ 85 Typ. Ich weiß ja nicht, wie viele du davon schon getroffen hast oder mit wie vielen du dich davon unterhalten hast. Also die Leute glauben ja auch abseits von Politik oder Wirtschaft eine Menge seltsames Zeug. Du siehst ja, wie viele Leute hier auch, wenn du irgendeinen Talk machst oder ein Video machst, wie viele Leute dir einen erzählen werden von unsichtbarer Hand des Marktes und Trickle Down und sowas. Daran glauben ja alleine schon viele Leute. Dann glauben eine Menge Leute an irgendwelche abstrusen Religionen oder Esoterik oder Sternzeichen oder was weiß ich was. Und wenn du einfach siehst, wie große Teile der Bevölkerung an ein richtig hanebüchendes Zeug glauben, dann weiß ich nicht, ob du denen irgendwie zumuten kannst. Ich mache jetzt hier drei Stunden Talk mit irgendeinem, weiß nicht, Pressesprecher irgendeiner Partei und die verstehen dann schon, wie der was meint und wie das einzuordnen ist. Ja, ich meine jetzt grundsätzlich von der Intelligenz her. Ich meine jetzt nicht, dass die Leute es verstehen, denn ich glaube nicht, dass es am IQ liegt, also an der Intelligenz, IQ ist dafür ja nur ein Proxy, sondern an mangelndem Interesse. Viele Leute interessieren sich nicht für Politik und deswegen kann sich dann Christian Lindner eine Talkshow setzen und sagen, wenn wir sparen, dann geht es der Wirtschaft dadurch besser. Was ja vollkommener Schwachsinn ist beispielsweise. Oder Trick it down, wir senken die Steuern für Unternehmen und dann investieren die mehr. Was in den letzten 30 Jahren ja nicht passiert ist. Die Unternehmenssteuern haben sich halbiert und gleichzeitig ist die Investitionsquote gesunken. Also die Unternehmen haben weniger investiert bei deutlich sinkenden Steuern. Also das sind jetzt ziemlich einfach Zusammenhänge, kann man empirisch ziemlich einfach aufzeigen. Aber die Leute, die wissen nicht darum. Erstmal, weil sie sich nicht dafür interessieren und zweitens, weil sie von den Medien nicht aufgeklärt werden. Das heißt, ich glaube, es liegt nicht am mangelnden Auffassungsgabe, sondern am mangelnden Interesse einfach. Meinst du echt, die wollen einfach alle nicht? Ja, ja. Na, aber wenn du jetzt einen Talk machst mit, ich weiß nicht, such dir irgendwen aus, schwierige Personen, die versucht, irgendeine krude Ideologie unter die Leute zu bringen. Meinst du dann, die Zuschauer, die von dem, von dir und vielleicht irgendwie von der Seite da reinkommen, die verstehen das alles? Ja, wer sich unsere Kanäle anschaut, der interessiert sich ja schon eher für Politik. Und ja, der teilt auch viele politische Grundannahmen. Das heißt, über viele Dinge braucht man auch gar nicht mehr sprechen. Die nehmen implizit sowieso alle an. Also das ist ja jetzt nochmal was komplett anderes. Also deswegen würde ich mir diese Sorge gar nicht machen, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Islamisten ins TV setzt und so Leute, die sich damit vorher noch nie beschäftigt haben, seine Moralpredigten hören und da denken, okay, das klingt ganz sinnvoll, was der sagt. Weil sie sich halt nicht mit der Ideologie auskennen, weil sie sich nicht mit Politik auskennen und weil der sich vielleicht gut artikulieren kann, dann, oder neben Rechtsradikalen, neben Linksradikalen, egal, irgendjemanden, der seine krude Ideologie da gut verkaufen kann, dann kann das sein. Aber Leute kommen auf unseren Twitch-Kanal, um sich politische Diskussionen, politische Debatten, um sich politische Reaktionen anzusehen. Das heißt, das sind Leute, die interessieren sich ohnehin für dieses Thema. Ja, zum Teil, glaube ich. Nicht bei allen. Also du hast ja auch zum Beispiel diesen Talk geguckt mit Höcke gegen Vogt. Ich glaube übrigens erstmal auch nicht, dass wir beide jetzt groß die Wahl beeinflussen werden. Also egal, wie oft wir hier noch sagen, dass man eine bestimmte Partei wählen soll oder nicht. Aber du hast ja gesehen, dass die Strategie anscheinend gerade einfach ist, die versuchen nett zu sein und machen auf Kumpel und sagen, hey, so übel bin ich doch gar nicht. Und Krar hat ja auch kürzlich ganz offen wieder darüber geredet, macht er ja auch regelmäßig. Ich glaube, ich habe das gestern erst geguckt, Erwin hat auf diese Honigwabe mit Krar reagiert. Und da hat er ja auch gesagt, wir gehen einfach in eine Diskussion, wir zeigen uns von unserer liebsten netten Seite, sagen, so radikal sind wir ja gar nicht und wir sind ja eigentlich ganz nette Gesprächsteilnehmer. Und dann spielt man Sachen vielleicht auch so ein bisschen runter und sagt, ja, so übel sind wir nicht. Also der wurde ja da noch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da waren ja die Zuschauer teilweise noch sauer, dass Krar nicht genug Ausländer rauswerfen wollte, sondern dass der gesagt hat, naja gut, ein bisschen Migranten behalten wir. Und dann kamen die Leute schon so mit, was, das will der ja dann direkt die Heimat wählen oder so. Naja, aber weißt du, er geht dann in eine Sendung und sagt, naja, ein bisschen hier und ein bisschen da und eigentlich bin ich ein ganz lieber Kerl. Und Höcke hat ja in dem TV-Duell mit Vogt auch nicht so geredet, wie der sonst auf der Bühne in Erfurt reden würde, wenn er da alleine seine Veranstaltungen hat. Das macht keiner. Ja, ja, aber die haben in der Regel, haben diese Leute ja, ob du jetzt einen Islamisten oder einen Rechtsradikalen nimmst, die haben ja schon ein Stigma. Und deren Punktgewinn ist ja, dass sie in irgendeine normale Sendung kommen und ein normaler Gesprächsteilnehmer sind. Und ich weiß nicht, ob das wirklich alle Zuschauer so reflektiert ansehen und einordnen können, ob das jetzt, also ich bin ja auch kein Fan von, ich ordne euch die ganze Welt ein. Ich glaube nur, es gibt so ein paar Leute, die werden halt Diskussionen ausnutzen, um da mit unfairen Mitteln zu spielen und Dinge umzusetzen, die sie nicht so offen sagen. Das kannst du genauso gut irgendwie CDU oder FDP vorwerfen. Das ist schon richtig. Aber also wir haben ja jetzt hier schon irgendwie auf Twitch auch so eine gewisse Bubble, die ist total analytisch und skeptisch gegenüber dem, was Walkies machen oder was Massenmedien machen oder wie man es nennen mag, öffentlich-rechtliche oder so, wo man in jedes Detail guckt und sagt, weil vielleicht werden wir hier manipuliert und der sagt das ja nur weil und das ist ja dumm. Und im nächsten Moment kommt dann irgendwie Frank Franz vorbei und Leute sagen, ach, das ist ja ein netter Kerl, lass mal nett mit dem reden. Und das ist, weiß nicht, finde ich halt nicht so cool. Ich würde mir da manchmal wünschen, dass da dann auch ein bisschen mehr Kritik da ist und ein bisschen mehr Abstand. Weil ich glaube, du hast das auch schon irgendwie teilweise gelesen, dass mit Naitan und mit Bartonek und Co. geredet, dass Leute total von vornherein sagen, mit dem Typen würde ich gar nicht reden oder der ist irgendwie, der ist gar nicht ernst zu nehmen, egal was er da sagt. Es gibt, glaube ich, auf der anderen Seite auch noch so einige Figuren, die man auch so einsortieren könnte. Ja, du hast gerade zwei Sachen durcheinander gebracht. Also erst mal, ob jemand in eine öffentlich-rechtliche Talkshow eingeladen wird oder ob wir hier jemanden in unsere Twitch-Kanäle einladen. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Also wir sind nicht der Mainstream. Also wenn wir jetzt einen öffentlich-rechtlichen Kanal managen könnten und entscheiden könnten, okay, den Politiker laden wir ein, den Politiker laden wir nicht ein, da könnten wir jetzt solche Strategiedebatten führen, können wir diese Leute normalisieren. Also das Problem ist ja, dass wir selbst Positionen vertreten, die außerhalb des Overton-Fensters liegen, die nicht normal sind. Also wir ein Interesse daran haben, dieses Overton-Fenster zu weiten und wir dementsprechend auch niemanden normalisieren können. Wir sind nicht der Mainstream. Wir können nicht bestimmen, was die Normalität ist. Wir können unsere eigenen Positionen versuchen, normaler zu machen und das Overton-Fenster in unsere Richtung zu verschieben beziehungsweise es allgemein zu weiten. Also du vertauschst hier gerade so zwei Sachen. Wir sind nicht der Mainstream. Wir haben nicht die Entscheidung darüber, ob, keine Ahnung, Björn Höcke ein völlig normaler Talkshow-Gast ist oder nicht. Wir haben nur die Entscheidung, ob unsere, also wir können nur versuchen, dass unsere Position als normal gilt und am Diskurs teilhaben kann. Na, das war ja nur ein Vergleich, dass das ist, was im großen Fernsehen passiert und bei uns dann sowas in kleiner. Da kommt dann nicht der große Höcke vorbei, sondern vielleicht einer, der zwei, drei Stufen drunter steht oder der aus dem Vorfeld kommt. Und so wie wir nicht die große Talkshow sind, sondern eher irgendwas Kleineres, Unabhängigeres, kommen dann auch dementsprechend vermutlich irgendwelche kleineren politischen Akteure vorbei. Aber die nutzen ja ähnliche Mechanismen. Das dürfen sie ja. Also ich hätte ein ganz, also das Selektionskriterium, was ich anwende, wenn ich mir Gesprächspartner suche, ob sich mit denen eine inhaltliche Debatte lohnt oder nicht, dann schaue ich, versuchen die Gesprächspartner mich beziehungsweise meine Lage zu diskreditieren und da Lügen drüber zu verbreiten. Verhalten sie sich also feindlich oder sind sie an inhaltlichen Debatte interessiert? Und bei rechten Creatern, da habe ich bisher kein einziges Mal erlebt, dass versucht wurde mich beziehungsweise die Leute, mit denen ich da zusammen in eine Debatte gegangen bin, die zu diskreditieren. Das war eher nicht das, was da versucht wurde. Auf der Walken-Seite wurde jedes einzelne Mal versucht, mich zu diskreditieren. Entweder vor dem Gespräch, im Gespräch oder nach dem Gespräch, sehr häufig. Also dann hatte man zwar eine freundliche Debatte, aber nach dem Gespräch wurde man dann als Verschwörungstheoretiker rechts oder sonst irgendwas beschimpft. Also das ist jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich glaube, danach sollten wir verfahren. Wir sollten gar nicht danach schauen, welche Ideologie hat der andere jetzt konkret, sondern wie verhält er sich gegenüber uns. Glaube ich auch. Das ist diese Art der, wie nennt man es, diese Art der Taktik gibt, dass die Walkies super toxisch sind. Die zerfleischen sich ja auch alle untereinander gerade. Aber dass eben gerade die Rechten sich einfach als netter Gesprächspartner anbieten wollen. Und ich weiß halt nicht, wie ehrlich diese Freundlichkeit oder diese Diskursbereitschaft ist und wie sehr das einfach ist, dass man sich in dem Feld, wo man noch irgendwo Zuschauer zu sich ziehen könnte, so ein bisschen hier und da fischt und vielleicht noch ein paar Leute hat, die wie du zum Beispiel oder ein paar andere da mit Gesicht sitzen und ganz nett aussehen und ganz nett mit den Leuten reden. Und halt, weißt du, die Leute, die so ganz krass sind, deren Content du sehen kannst, wo die ja quasi schon verfassungsfeindliche Sachen fordern, die haben dann ja alle irgendwelche Cartoon-Figuren als Bild oder sowas. Und wenn man dann Leute hat wie dich oder so ein paar andere, die, wie gesagt, mit Gesicht da sitzen und sagen, naja, so schlimm ist der gar nicht, mit dem kann man schon reden, zu mir war er immer nett. Vielleicht, ich weiß nicht, ob da vielleicht ein paar Leute bei sind, die das ausnutzen würden. Jetzt ist die Frage, was ist verfassungsfeindlich? Ist Vorbereitung eines Angriffskrieges beispielsweise verfassungsfeindlich? Wenn du jetzt einen Krieg gegen den Iran forderst, beispielsweise, soll ja bestimmte Politiker aus Mainstream geben, die das fordern, würdest du dann sagen, mit dem sollte man lieber nicht sprechen, die Positionen sind zu gefährlich? Also ich würde generell keine Politiker hier einladen oder ungern, vielleicht in ganz seltenen Ausnahmen, weil ich das Gefühl habe, dass selbst kleinere Politiker hier nicht eine offene Debatte machen, im Sinne, dass sie irgendwie reden, was sie wirklich denken, sondern dass sie eine Parteilinie wiedergeben wollen. Das habe ich, kennst du ja sicher, wenn du irgendwelche Interviews mit Politikern guckst, dann spulen die da ein Tonband ab im Grunde, dann wollen die da irgendwie ihre Taktik rüberbringen. Das ist irgendwie so, da musst du halt dann auch dementsprechend vorbereitet sein. Da kannst du ja nicht einfach in ein normales Gespräch rein, wie du irgendwie dich in der Kneipe mit jemandem unterhalten würdest, sondern die wollen da ihre Taktik durchbringen und die wollen da ihre Strategie fahren. Also dann, ja weiß ich nicht, ob so ein lockeres Gespräch, wenn man einfach mal nett plaudert, vielleicht sogar schadet und ja nicht wirklich hilfreich ist. Also du bist ja auch bei, du hast es ja bei einem Bartonek zum Beispiel gesagt, du bist mir feindlich gesinnt, mit dir rede ich über manche Sachen nicht. Oder bei Naitan war das, glaube ich, auch, dass du so gesagt hast, okay, der tritt mir gegenüber als Feind auf, der führt nichts Gutes im Schilde, du hättest jetzt wahrscheinlich keine Lust, mit dem irgendwie einen lustigen Stream zu machen, über Dinge, wo ihr einer Meinung seid oder sowas. Gerne, aber das will der nicht, das kann ich dir jetzt schon garantieren. Die wollen moralische Standgerichte abhalten und den anderen aus dem Diskurs ausschließen. Also wenn die sich anders verhalten würden, würde ich auch natürlich anders mit denen reden. Also da geht, glaube ich, das Motto quid pro quo. Wie du mir, so ich dir. Und da gäbe es dann keinen, wo du sagen würdest, ah, bei dem habe ich irgendwie nicht so Bock drauf mit dem. Nicht pauschal. Also das fände ich mega dumm. Wie gesagt, du hast gerade verfassungsfeindlich als Grundsatz gesagt. Wie gesagt, Vorbereitung eines Angriffskrieges, verfassungsfeindlich. Also jeder Politiker, der Angriffskriege, nicht nur Politiker, jeder Streamer, YouTuber, Influencer der Angriffskriege gefordert hat, der beispielsweise fordert, den Iran anzugreifen, der damals für den Irak-Krieg war. Gibt ja genug Journalisten beispielsweise, die den Irak-Krieg verteidigt haben oder die jetzt einen neuen Krieg gegen den Iran fordern. Mhm. Wer habe ich nicht so genau verfolgt, deswegen weiß ich gerade nicht. Das waren jetzt auch nur Beispiele. Das waren nur Beispiele für Forderungen. Und da würde ich jetzt halt sagen, sollen wir die aus dem Diskurs ausschließen? Nee, das können wir gar nicht. Es ist gar nicht in unserer Macht, die aus dem Diskurs ausschließen, denn die sind Teil des Mainstreams. Also der Mainstream entscheidet darüber, was gesellschaftlich normal ist, über was gesellschaftlich debattiert wird. Wir sollten uns also nicht eine Position anmaßen, die wir nicht haben. Ich glaube, du überschätzt massivst unsere Bedeutung. Ich denke halt auch, sollte das klappen, was wir vielleicht uns wünschen, also angenommen, man hat einen Systemwechsel in irgendeine Richtung, weiß ich nicht, wie vorteilhaft das ist, wenn du Leute in einem eigenen Team hast, die das System in die komplett andere Richtung umkrempeln wollen. Also ob das funktionieren kann, dass man sich vielleicht auch Gedanken machen sollte, was kommt denn nach dem großen Wechsel oder in welche Richtung geht der? Weil ich glaube mal, wenn, also die Utopie, die du dir vorstellst und die sich ein Maximilian Krah vorstellt, die ist wahrscheinlich komplett gegensätzlich. Ja, aber der ist ja nicht in unserem Team, das ist ein politischer Gegner. Der ist ein Gegner, okay. Ja, selbstverständlich. Also das, ich habe auch nie was anderes gesagt, auch ein Christian Lindner oder Annalena Baerbock sind politische Gegner. Und ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, mit Erwin, hattest du über Sellner und so geredet? Wäre der auch ein Gegner? Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, also ich bin BSW-Vorfeld, ich mache Werbung fürs BSW und entsprechend für eine Politik, die diese Partei vertritt. Also ich bin jetzt nicht, also jeder, der zu einer anderen Partei gehört, Grüne, FDP, CDU, AfD, völlig egal, ist erstmal ein Gegner. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht freundlich mit ihm reden kann. Also, dass man trotzdem ein gewisses Maß an Höflichkeit bewahrt, aus zwei Gründen. Erstmal, wir können, wie gesagt, nicht bestimmen, wie der Diskurs überhaupt aussehen soll, wer daran teilnimmt und wer nicht. Deswegen wäre es strategischer Irrsinn, Leute aus dem Diskurs ausschließen zu wollen. Diese Macht haben wir nicht. Zweitens, der freie Diskurs an sich ist ja etwas Produktives, was wir versuchen sollten, möglichst herzustellen. Also wenn, also wir sollten möglichst versuchen, mit jedem zu reden. Nur durch den Austausch von Argumenten können wir ja rausfinden, was die beste Lösung ist. Also wie gesagt, das erste Argument ist ein politisches Argument, das zweite ist ein allgemeines, du kannst es auch ein moralisches Argument nehmen, dafür, dass der freie Diskurs ein Wert an sich ist, den wir fördern sollten. Aber würden die denn im Diskurs sich genauso gut für deine Seite interessieren und für deine Argumente? Das ist ja, ja, wenn du Sachen erzählst und sie gar nicht darauf eingehen, dann siehst du ja, dass sie sich nicht dafür interessieren. Also das hast du ja, also das siehst du jedes Mal, wenn du mit den Walkies redest, denen ist völlig egal, was du sagst, denen ist völlig egal, was für Argumente du bringst, die unterstellen dir zwei Minuten später das Gegenteil von dem, was du gerade eben gesagt hast. Also das siehst du auch bei Reaktionen von diesen Leuten. Also du sagst etwas... Also ich habe aber auch den Talk von denen, sorry. So sorry? Ich stehe durch weiter. Nee, du sagst etwas und die unterstellen dir zwei Minuten später das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Also es ist bei jeder Reaktion dieser Leute, die ich auf mich sehe. Das ist überall das gleiche Schema. Es gibt keinen Walken-Streamer, bei dem ich ansatzweise so etwas wie Good Faith erkennen würde gegenüber uns. Ja, ich weiß nicht, mit welchen du zu tun hattest. Ich finde, da sind schon noch so ein paar Unterschiede. Ich finde, manche sind da doch ein bisschen negativer einem gegenüber eingestellt als andere. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich erinnere mich nur daran, dass du zum Beispiel mit, ich glaube, Sella war auch dabei, einen Talk hattest mit Schlomo und Kasper, wo die auch gesagt haben, so Agitator, wie sieht es aus mit der Migration? Will Wagenknecht auch die Ausländer rauswerfen? Und dann habt ihr nur darüber geredet und als du dann gesagt hast, Wirtschaft wäre vielleicht auch mal ganz gut, hat, glaube ich, Kasper war es gesagt, Wirtschaft ist vielleicht auf der Themenliste Platz 1000 oder so. Erstmal ist Migration. Also wir reden jetzt den ganzen Stream nur über die Ausländer. Und da merkst du ja auch, der interessiert sich ja auch nicht so sehr für deine Seite, sondern der lädt euch dann ein, weil ihr irgendwie ein, ja weiß nicht, ein dankbarer Gesprächspartner seid oder vielleicht auch ein paar Leute mitbringt oder sowas. Und dann will er über sein Thema aber reden. Also du hast ja wahrscheinlich nicht angefragt und gesagt, ich hätte wahnsinnig Lust, mal über Ausländer zu reden und alle anderen Themen sind mir egal. Das kam ja eher von der anderen Seite, oder? Nee, Wagenknecht-Partei gegen AfD und die Positionen dieser beiden Parteien sind ja relativ ähnlich. Also die AfD, die ist ja lange nicht so radikal wie beispielsweise das, was in der Honigwarbe gefordert wird. Das ist den beiden ja anscheinend auch selber klar geworden, als sie Maximilian Kradern zu Gast hatten. Und deswegen wollte ich das Thema eigentlich relativ schnell abhaken, weil es ja nicht viel zu debattieren gibt, weil die inhaltlichen Differenzen sich dann doch, also die zwischen BSW und AfD, jetzt wie gesagt Honigwarbe, die haben nochmal eine radikalere Position, weil diese inhaltlichen Differenzen sich ja eigentlich relativ vernachlässigbar sind. Entsprechend wollte ich dann zu anderen Themen die beiden Wortnach versuchen, das BSW als unglaubwürdig darzustellen. Dann haben wir dagegen argumentiert und geschaut, inwieweit ist die AfD glaubwürdig. Jetzt siehst du, dass Maximilian Krad, also der deutlich gemäßigter war, als sie Honigwarbe, dass selbst der der AfD noch zu radikal ist, ist auch eine interessante Beobachtung. Also es zeigte wieder, dass die AfD, was Migration angeht, gar nicht so weit vom BSW weg ist und wir mit der AfD auch nicht die große Remigration in demografisch relevantem Ausmaß sehen werden. Also das wird es mit keiner Partei geben. Das ist eine völlig illusorische Vorstellung, die in einigen radikalrechten Kreisen sich gemacht wird, die aber wenig mit der Realität zu tun hat. Ich glaube nicht, dass die so nah beieinander sind und ich glaube auch aus unterschiedlichen Gründen. Also ich denke mal, wenn du bei einer BSW-Veranstaltung herumläufst und bist dunkelhäutig oder hast arabische Vorfahren oder sowas und man sieht dir das an, dann wirst du da wahrscheinlich deutlich weniger angefeindet als bei einer AfD-Veranstaltung, oder? Ja, also das läuft jetzt darauf hinaus, dass du AfDlern Rassismus unterstellst. Kann da vermehrt vorkommen in der Partei? Ja, kann da vermehrt vorkommen, wenn ich jetzt nicht ausschließe. Also vielleicht nicht jeder, aber schon einige, ne? Ja, aber es gibt ja auch schwarze AfD-Politiker. Also ist ja jetzt nicht so, dass du da gefedert wirst, wenn du da falsche Hautfarbe hast. Naja, ich weiß nicht, wenn die ihren Remigrationspläne so durchkommen, weiß ich nicht, ob die dann vielleicht die Nächsten sind, ob dann so ein Peroskan noch seine Videos machen kann oder ob der auch in den Flieger gesetzt wird, wer weiß. Also Remigration, so wie sie die AfD fordert, ist einfach nur die Abschiebung von Illegalen. Das ist das Gleiche, was das BSW auch fordert. Also was im Programm steht. Ja, also wenn du, besonders wenn du aus einem Krieg oder so flüchtest, dann ist es ja eh erst mal illegal. Also du musst ja erst mal irgendwie, also du kannst ja nicht mitten in einem Krieg auf irgendein Amt gehen oder sowas. Du musst ja dann erst mal die Grenze überqueren und dann sagen, ich hätte hier gerne Asyl und ich würde hier gerne. Also das zu regeln, ist ja eh schon mal ziemlich schwierig. Ja, da gibt es ja dann Asylverfahren und da fordern sowohl das BSW als auch die AfD, dass Leute, deren Asylverfahren abgelehnt wurde, dass die wieder zurückgeschickt werden. Aber das fordern auch die etablierten Parteien, sie setzen es nur nicht um. Also das, wie gesagt, und das Asylrecht, das sagt ja eigentlich, wenn du durch sichere Drittstaaten durchziehst, dann müsstest du da zuerst Asyl beantragen und das wird ja auch vielfach nicht gemacht. Das heißt, diese Leute hätten theoretisch auch keinen Asylanspruch. Ich glaube aber auch einfach, dass das bei BSW nicht so weit oben auf der Themenliste steht. Also wenn man das sortieren würde, was einem wichtig ist, also ich habe auch eine Rede gehört von Amira Mohamed Ali und von Sarah Wagenknecht, da ging es sehr wenig um Migration und ich glaube, bei einer AfD-Rede wirst du das schon häufiger hören. Da geht es ja sehr, sehr oft darum. Das scheint ja irgendwie so fast das einzige Thema zu sein. Ja, absolut. Die Priorisierung ist eine andere, aber das heißt ja nicht, dass man inhaltlich da weit auseinander liegen würde. Und dementsprechend, wie gesagt, die beiden wollten es die ganze Zeit auf Migration lenken. Dann haben wir später noch über Wirtschaftspolitik debattiert bei Kritik gegenüber Transatlantikertum. Da haben sie ja sogar gesagt, ja, ihr habt recht, da glauben wir euch, dass die Wagenknecht-Partei der kritische ist. Was sollen wir da sagen? Nee, wir argumentieren da jetzt trotzdem noch für, wenn sie sagen, okay, ihr habt da eh recht. Nehmen wir den Punkt und gehen zum nächsten Thema. Also das war ja jetzt, wie gesagt, das war ja eine im Großen und Ganzen konstruktiv geführte Debatte von allen Seiten. Das war ja jetzt nicht so, dass da einer schlecht weggekommen ist oder dass da irgendwelche Kampagnen gegen den anderen gefahren wurden. Also das völlig anders als bei allen ausnahmslos, allen Walkies, wo ich bisher zu Gast war. Du kannst dir ja auch mehr erlauben, wenn du die Hegemonie hast. Also wenn deine Partei an der Macht sitzt, dann kannst du dich ja auch in Gesprächen ganz anders verhalten. Oder wenn du Gleichgesinnte in großen Medien hast, dann kannst du sowas natürlich machen. Aber sollte jetzt irgendwo eine AfD-Regierung entstehen, vielleicht also jetzt nicht nur irgendwie in Sonneberg, da dieser eine Bürgermeister, das ist ein Kleinkram, aber angenommen, die hätten jetzt wirklich mal den Landtag in einem ganzen Bundesland die Mehrheit oder sogar irgendwo vielleicht im Bundestag eine Mehrheit, dann glaube ich, dass es andersrum ja jetzt auch nicht mehr so einfach wäre, die so einfach zu kritisieren, wie wir jetzt die Ampel kritisieren können, sondern da wäre man dann wahrscheinlich doch nicht mehr so liberal. Die geben sich natürlich so wie, hey, wir können mit allen reden, kein Ding und natürlich komme ich auch in deine Sendung und du kannst gern zu mir. Und wir finden es voll doof, dass Zensur stattfindet, weil sie halt, die sind, die zensiert werden. Aber ich glaube, wenn die am Hebel sitzen, dann sind die vermutlich auch nicht so zimperlich, damit den einen oder anderen Kanal auszumachen oder die eine oder andere Aussage zu kriminalisieren. Ja, das kann sein, aber dann können wir unser Verhalten gegenüber diesem Lagerjahr beziehungsweise gegenüber den einzelnen Personen daraus dann neu austarieren. Also es gibt ja in jedem Jahr ein breites Spektrum mit Leuten, die du eventuell reden kannst und dann mit Leuten, die du nicht reden kannst, hast, was ja gar nicht so viel mit deren persönlicher Ideologie zu tun hat, sondern einfach mit dem Verhalten gegenüber dir. Und ich würde das zum entscheidenden Maßstab machen. Wie verhalten sich diese Leute gegenüber uns und nicht, welche Ideologie haben sie jetzt konkret? Ich halte gar nichts davon, irgendwelche Stimmen, auch extreme Stimmen aus dem Diskurs auszuschließen, denn auch extreme Meinungen müssen im Diskurs widerlegt werden. Und wenn da jetzt irgendjemand, wie gesagt, Vorbereitung eines Angriffskrieges fordert oder ja, wenn jemand sowas fordert, da muss man dann natürlich gegen argumentieren und dann kann man, also wie gesagt, wir können sowieso nicht solche Stimmen aus dem Diskurs ausschließen, aber selbst wenn wir es könnten, sollten wir doch eher versuchen, diese Stimmen mit Sachargumenten zu widerlegen und zu sagen, nein, es ist kompletter Irrsinn, wenn da im Nahen Osten Flächenbrand ausbricht und es da Dutzende Millionen Flüchtlinge gibt, von denen wir dann eventuell einen Teil aufnehmen müssen. Das ist aus jedweder Perspektive, egal ob du rechts oder links bist, absolut nachteilig für die riesige Mehrheit der hiesigen Bevölkerung als auch für die dortige Bevölkerung. Also wenn ja ein Krieg ausbricht, das wäre ja katastrophal für alle. Das muss unter allen Umständen verhindert werden. Der Einzige, der profitiert ist, sind die Rüstungsproduzenten und das kann man ja im freien Diskurs argumentieren. Da muss man diese Leute ja nicht versuchen auszuschließen. Was wir, wie gesagt, ohnehin nicht können. Wir haben nicht die Macht, Leute aus dem Diskurs auszuschließen. Mir geht es auch nicht um den Diskurs an sich. Ich würde auch nicht sagen, niemand darf überhaupt mit diesen Leuten reden, aber ich würde halt manche ja, würde mir halt von ein paar anderen Leuten vielleicht auch wünschen, dass die dann sagen, na, ich glaube, der Typ führt nichts Gutes im Schilde, dass man halt nicht so naiv da einfach reinrennt und sagt, ich rede hier jetzt mit jedem, weil das kippt dann oft in so eine Richtung, dass dann, dann hast du ein paar Mal zu oft vielleicht Extremisten da gehabt und die anderen haben dann keinen Bock mehr zu kommen und dann sendest du fast nur noch mit denen. Wenn jetzt, also zum Beispiel, dass Tido Jung den Krah eingeladen hat, sehe ich kein Problem bei, weil der ja, ja, der hat genug Übung dabei, der weiß, worauf er achten muss, der ist routiniert, was Interviews angeht. Ich finde, dem kann man das anders vorwerfen, als wenn der jetzt bei irgendeinem Streamer wäre, bei irgendeinem von uns oder sowas. Ja, also Maximilian Krah, der ist ja der Europawahl Spitzenkandidat der AfD, den könnte man schon zu einigen Themen befragen. Also beispielsweise, wie sich die AfD die Auflösung der Eurozone vorstellt, da hätte ich schon einige Fragen, die ich gerne stellen würde und ich glaube auch, dass er da dann keine Antworten wüsste. Also du musst die bei den Themen stellen, wo du dich natürlich mit gut auskennst. Alles andere wäre ja auch bescheuert, mit anderen Themen beschäftigst du dich ja nicht. Du kennst dich damit ja gut aus, weil du dich damit so viel beschäftigt hast, weil es dich interessiert. Ja, das würde mich dann auch interessieren, aber das, wie gesagt, bei dem Honigwabe-Talk, da bist du ja auch reingegangen mit ich bin hier der Wirtschaftsexperte und dann haben die gesagt, ja, sonst egal, da reden wir halt nicht drüber. Also das war ja vorher schon, bevor es zu dem Gespräch kam, wurde ja, glaube ich, auch Kaspar Kast schon mal einzeln gefragt, ob der mit dir reden würde und dann hat er gesagt, ne, da bräuchte ich ja ein Lexikon, um mit dem zu reden. Der redet über so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Und ja, wenn man dann in der Position ist, dann versucht man es natürlich auf die Richtung zu drehen, dass man sagt, aber macht denn dein BSW genauso viel gegen die Ausländer wie unsere AfD und die anderen Themen werden dann erstmal nach hinten gestellt, weil er ja selber weiß, dass du dich da besser auskennst. Ja, aber das war ja jetzt, ja, aber wir haben ja relativ gut zeigen können, dass sich die Positionen hier nicht groß unterscheiden, die im Programm stehen. Also, dass die beiden ihre Zuschauerschaft da eine Radikalität signalisieren, die ja so nicht vorhanden ist und dass das vielleicht bei Teilen der Zuschauerschaft vielleicht zu einem Nachdenken angeregt hat, dass man Migration so nicht priorisieren sollte, weil es sowieso keine Partei gibt, die eine demografisch relevante Remigration fordert. Also, wir werden in Deutschland einen demografisch relevanten und wahrscheinlich über die nächsten Jahre auf wachsende muslimischen Bevölkerungsanteil haben und dagegen wird auch keine Partei was unternehmen, auch keine AfD. Also, das ist ja einfach so. Und wenn irgendwelche rechten Influencer versprechen, wir schieben ja alle Muslime ab oder so, dann ist das einfach, also, ist das erstmal eine falsche Forderung an sich schon, aber es wird zum anderen nicht passieren. Also, die versprechen ihren Zuschauern etwas, was sowieso nicht passieren wird und das haben wir ja ganz gut aufgezeigt. Ja, und wenn man das sagt, wenn das der eigene Kandidat sagt, dann wird der ja angegriffen. Also, ich habe mir das ja angeguckt, dass die gesagt haben, wir hätten gerne hier einfach alle raus und dann hat der Krar gesagt, ja, sorry, das geht nicht. Und da waren ja dann einige richtig grantig und meinten, ja, dann direkt NPD wählen oder sowas. Und die kommen auch nicht auf die Idee, dass die das auch nicht machen könnten. Also, sorry, das stellen sich die Leute so einfach vor, wie wir fahren hier ein paar Busse vor und dann gehen die da alle rein und dann sind die weg. So einfach ist es halt nicht. Das ist halt einfach nicht umsetzbar, abseits davon, wie man da moralisch zu steht. Also, die Versprechen sind einfach unhaltend, genauso wie dieser Typ in Sonneberg ja auch einen Wahlkampf gemacht hat von wegen raus aus dem Euro und Verbrennermotor retten und der ist halt Bürgermeister in irgendeinem Café in Thüringen. Die können da überhaupt nichts dran ändern an diesen Themen. Die werden auch auf Bundesebene nicht aus dem Euro austreten. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, zumal das ja wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt so eine clevere Idee wäre, oder? Das wäre eine Katastrophe. Also, die deutsche Wirtschaft, die hat ja gerade jedes Jahr über 200 Milliarden Euro an zusätzlicher Nachfrage durch die Leistungsbilanzüberschüsse, die sie erzielt. Wenn das über Nacht wegfiele, dann müsste irgendjemand diese 200 Milliarden Euro Lücke füllen. Wer könnte das sein? Eigentlich nur der Staat, aber bei dem sagt die AfD, er solle keine zusätzlichen Schulden machen. Also, die Unternehmen sparen, die Privathaushalte sparen sowieso, das machen sie überall auf der Welt. Das Ausland führt diese Lücke nicht mehr. Der Staat spart dann auch noch. Also, das läuft auf einen wirtschaftlichen Kollaps hinaus. Das wird dann eine Wirtschaftskrise größer als alles, was wir hier in den letzten 70 Jahren erlebt haben. Wenn man das umsetzen würde. Deswegen wird die AfD das nicht umsetzen. Also, dieses Programm würde in die Katastrophe führen und dementsprechend wird sie es nicht umsetzen. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach auch nur Maulheldentum. Ja, gut, aber wir werden ja einen Grund haben, das zu versprechen. Und deswegen, das passt ja dann eigentlich wieder in die Vermutung, die ich habe, dass die Sachen versprechen, von denen sie vorher wissen, dass sie die eigentlich gar nicht umsetzen wollen. Einfach nur, weil man damit ein paar billige Stimmen kriegen kann. Dass man den Leuten irgendwie sagt, ja, bei dir um die Ecke sind doch irgendwie ein paar Ausländer, die gefallen dir nicht. Und seit es den Wechsel in den Euro gab, hast du weniger Geld als vorher. Wir machen da schon was. Und die wissen ja von vornherein, dass sie das halt nicht machen werden. Ja. Ich glaube hier im Vorfeld gibt es halt auch einige Leute, die genauso drauf sind, die dann zu dir sagen, ja, wir sind doch nette Kumpel und wir machen ein bisschen Ringelpieze und wir reden mal irgendwie darüber, dass die Ampel doof ist oder so. Aber ja, wir finden ja die Ampel wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen doof. Wenn du denen dann sagst, du findest die Ampel aus wirtschaftlichen Gründen blöd, dann wird wahrscheinlich von rechter Seite, entweder verstehen die das gar nicht oder es wird sowas, ja, du wirst sowas zu hören bekommen, dass du da vielleicht sogar noch weiter drüben bist und dann bist du für die auch noch ein Walkie und wenn du irgendwie sagst, wenn du im Mixtalk sagst, der Mindestlohn muss höher oder so, dann wird es ja wahrscheinlich von rechter Seite auch einige geben, die dir dafür sagen, dass du ein Walkie bist. Ja, sicherlich, sicherlich. Aber wie gesagt, das kannst du von Gast zu Gast unterscheiden, wie der sich bei dir verhält. Du musst ja nicht alle immer über einen Kamm scheren. Also natürlich, Politik ist eine tribale Angelegenheit. Politik funktioniert in Lagern. Das jetzt zu leugnen, wäre, glaube ich, ein bisschen dämlich. Aber du kannst dir ja, also es gibt ja in jedem Lager eine große Spannbreite und du kannst dir bei bestimmten Leuten angucken, okay, mit denen kann ich reden und bei anderen, okay, mit denen möchte ich jetzt nicht reden. Du kannst das ja auch selber entscheiden. Also niemand zwingt dich ja irgendwen einzuladen. Ich finde, dieses grundsätzliche Argument, die sollte man weniger einladen, das finde ich falsch. Man sollte mehr miteinander sprechen. Wir sprechen viel zu wenig, beispielsweise mit den Rechten. Wir sollten viel mehr mit denen reden und viel mehr Argumente austauschen. Denn meiner Meinung nach haben wir die besseren Argumente, vor allem was Wirtschafts- und Außenpolitik angeht. Muss man sich dann aber auch sehr gut darauf vorbereiten, weil das wäre ja eine Katastrophe, wenn die dann reinkommen und dann, naja, vielleicht einfach bei dir nur irgendwie ein paar Zuschauer abwerben abwerben und ein paar Wählerstimmen holen und du vielleicht auf irgendwas nicht gefasst bist oder so. Deswegen glaube ich auch, dass, also ich würde mir manche Gäste zum Beispiel einfach nicht zutrauen, weil ich denke, die sind zu sehr in ihrem Thema und die wissen auch, wie man irgendwie auf dieses Thema rüberlenkt. Und die haben halt auch teilweise eine recht unangenehme Zuschauerschaft, die dir dann irgendwelche Drohungen schickt oder so, dass du dann auch noch ein bisschen angespannter bist und nicht einfach so frei reden kannst, wie du möchtest. Also das hast du dann von der Wokie-Seite haben die dann sowas, dass sie dir irgendwie sagen, wir melden dich und wir kriegen deinen Kanal irgendwie ausgemacht oder von rechter Seite gibt es dann halt auch Leute, die dann sowas schreiben, wie wenn ich dich mal sehe, dann wirst du schon noch sehen, was du davon hast oder sowas. Also Drohungen habe ich bisher ausschließlich von Wokies bekommen, aus keiner anderen politischen Bubble. Naja, vielleicht warst du zu den anderen zu nett. Also ich weiß von Leuten. Ich bin zu jedem nett. Ich bin zu jedem erstmal nett. Ja, ich weiß auf jeden Fall von Leuten, dass sie solche Drohungen bekommen haben. Deswegen bin ich dann natürlich auch den Leuten, aus deren Bubbles das kommt, nicht so positiv gegenüber eingestellt. Wenn du halt mitbekommst, dass da irgendwie Leute gedockst wurden und dann ruft man da die ganze Zeit an oder geht da irgendwie vorbei. Ja, ich will nicht bestreiten, dass es sowas in allen politischen Lagern gibt, aber bei mir, gegenüber mir, beziehungsweise gegenüber uns allgemein hier auf Twitch, habe ich das halt aus einem bestimmten politischen Lager sehr exzessiv, sehr stark wahrgenommen und aus allen anderen politischen Lagern in wesentlich, wesentlich geringere Intensität. Die anderen Lager sind ja bei Twitch auch deutlich weniger vertreten. Der Mainstream, der ist ja auf Twitch auch am stärksten. Ja gut, so unpolitische Leute, die da gar nichts mit zu tun haben, aber bei diesen politischen Streamern, das geht ja dann doch alles ziemlich in eine Richtung, oder? Ja, du hast Woke-Streamer, du hast einige rechte Streamer, du hast liberale Streamer. Was? Wie viele rechte Streamer gibt es denn, die du kennst? Ketzerkirche, Kaspercast, Realtalk ist das. Das sind doch die gleichen Leute, oder nicht? Wusterbratwurst, mir fallen vier Stück ein. Aber ist nicht bei Ketzerkirche und bei Kaspercast, na gut, die machen dann Crossover quasi, aber das ist ja im Grunde, ist das ja eine Bubble, oder? Also das ist halt Honigwabe und dann nochmal irgendwie, so ein anderer Typ ist da noch mit dabei, aber die kooperieren ja auch viel untereinander und das ist ja schon so ähnlich eine Clique wie bei den Wokeys, nur halt ein bisschen weniger. Ja, bei den Wokeys, da gibt es Dutzende, man entdeckt jeden Tag neue. Fragt man sich auch, wo die alle herkommen. Naja, also wenn du deren Ideen regelmäßig im Fernsehen in Social Media überall überträgst, dann kommen natürlich auch mal Leute nach, die das ähnlich sehen. Hm. Ja, ja, aber von uns gibt es mittlerweile auch schon so zehn Leute bestimmt, so auf ein Dutzend kommst du bestimmt, wenn du alle mitzählst. Aber meinst du nicht, mit den Wokeys könnte man, wenn die von ihrem komischen Trip runterkommen, eher kooperieren als mit Leuten, die davon träumen, ein paar Milliarden Leute irgendwie in ein Flugzeug zu setzen und was weiß ich, wohin zu schicken? Ich will weder mit dem einen noch mit dem anderen kooperieren. Also ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Das ist auch bei anderen, wenn ich mit denen darüber rede, wenn du mit jemandem diskutierst und deine Argumente darlegst, dann heißt es ja nicht, dass du kooperierst. Wenn ich hier Kommunisten zu Gast habe oder Libertären und ich mit denen dann über Kommunismus oder die Abschaffung des Staates debattiere, dann heißt es ja nicht, dass ich mit denen kooperiere, sondern dann tausche ich Argumente mit denen aus. Und das sind ja beides, jetzt aus liberal-demokratischer Sicht wären das extremistische Positionen, aber ich finde, mit beiden konnte ich bisher gut reden. Also mit denen hatte ich die angenehmsten Debatten mit den extremsten Gästen, die ich hier hatte. Und so gesehen finde ich das, ja, finde ich das, dieses Denken, wenn du gleich mit jemandem einen Talk machst, dann kooperierst du mit dem, das finde ich falsch. Also du solltest versuchen, sachliche Argumente auszutauschen. Und das geht halt nur mit Leuten, die halt auch dazu bereit sind, sachliche Argumente auszutauschen. Wenn das Ziel der Gegenseite ist, dich aus dem Diskurs auszuschließen, indem man dich als moralisch verwerflichen Menschen darstellt, also sei es durch Vorwürfe, Antisemitismus, Rechtsradikalismus, Faschismus, Nationalsozialismus, alles Dinge, die uns die Borghys ja, in dessen Nähe uns die Borghys ja gerne rücken wollen, wenn sie Langeweile haben. Ja, wenn die Gegenseite das versucht, dann ist es halt schwer, mit der eine sachliche Debatte zu führen. Es wird gerade im Chat was angemerkt, habe ich ein paar Milliarden gesagt, also weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da verhaspelt habe, wenn, dann meine ich natürlich ein paar Millionen Leute. Aber solche Forderungen gab es ja auch. Das ist, glaube ich, eine halbe Million Leute gab es irgendwie, die in Deutschland illegal sind oder so. Oder irgendwie so war die Zahl. Und dann wurde trotzdem gesagt von, wir wollen ein paar Millionen abschieben. Wo man sich dann auch fragt, also du willst auch Leuten den Pass wegnehmen und die wieder rausschmeißen. Oder Leute, die halt andere EU-Bürger sind, irgendwie dazu zwingen. Das könnte man AfDler dann fragen. Und wenn sie dann sagen, ja, wir wollen den Pass wegnehmen, okay, dann ist das rechtsstaatsfeindlich. Dann kannst du sie dafür kritisieren. Das habe ich ja auch bei Schlomo gemacht, als er bei uns zu Gast war. Aber das wollen die wenigstens AfDler. Also Maximilian Krach hat ja explizit gesagt, man will sich an alle rechtsstaatlichen Grundsätze halten und niemanden beispielsweise einen Pass wegnehmen. Aber meinst du denn alles, was der sagt, meint der exakt genau so und hat der vor, genau so umzusetzen? Warum habe ich einen Grund, das Gegenteil anzunehmen? Also wenn mir jemand in der Partei beispielsweise ein Programm vorlegt, wo sie sagt, wir wollen Steuersenkungen oder nehmen wir mal den Euro-Austrittsplan der AfD. Wir wollen aus dem Euro austreten und gleichzeitig soll der Staat keine neuen Schulden machen. Also wir reduzieren die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse durch einen Wechselkursmechanismus auf null und gleichzeitig machen wir keine neuen Schulden. Dann weiß ich, dass ich verarscht werde. Dann kann ich das inhaltlich sehr gut begründen. Wenn jemand aber sagt, so und so wollen wir mit in Deutschland lebenden Ausländern umgehen, welchen zwingenden Grund habe ich jetzt, warum das nicht stimmen sollte? Ja, weiß ich nicht. Also einerseits fände ich es ziemlich daneben, damit Stimmen zu holen, wenn man es nicht vorhat. Andererseits noch asozialer fände ich es, es durchzuziehen. Also fände ich beides nicht so gut. Nee, aber welchen Grund habe ich es, es nicht zu glauben? Also wenn er was sagt. Ich glaube halt einfach, dass generell bei der AfD jetzt, bei dem Vorfeld es einige Vorfälle gab, wo man dachte, na, ich glaube, die spielen da nicht so ganz sauber und ich glaube, die versuchen irgendwie mit, ja, mit irgendwelchen unlauteren Mitteln irgendwelche Debatten zu gewinnen. Und ich glaube, da ist halt viel Taktik dahinter. Also gerade wenn du in der Opposition bist, dann musst du ja ganz anders taktisch vorgehen. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, was die angeht und denke, na, vielleicht tut man sich da keinen Gefallen mit. Was heißt Gefallen? Also wenn du mit jemandem sprichst und Argumente austauschst, dann inwieweit kannst du dir dann keinen Gefallen tun? Also wenn er Widersprüche in seinen Aussagen haben sollte, dann kannst du ihn ja darauf festnageln. Also gerade deswegen musst du ihn dann ja im Diskurs stellen. Gerade deswegen solltest du ihn ja reden lassen. Aber werden die dann öffentlich das reden, was sie wirklich denken? Ja, die Unterstellung, die kannst du jedem machen. Also du kannst auch Christian Lindner unterstellen, dass er morgen eine neoliberale Diktatur einführen will. Also kannst du ihm unterstellen sicherlich, aber dafür bräuchst du ein Zitat oder sowas. Und einfach nur ja, in der neoliberalen Ideologie, da hat beispielsweise Hayek gesagt, er würde einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung vorziehen. Da ist dann Liberalitätmangel. Die Neoliberalen haben Pinochet unterstützt. Also ist jeder Neoliberale eigentlich ein Anhänger Pinochets. Wenn du es dir so einfach machst, sehe ich einfach nicht. Nee, 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 so nicht. So einfach ist es nicht. Ich würde das jetzt schon nur auf die beziehen, auf diese eine kleine Gruppe oder auf diesen Schnellroderkreis oder so. Ich traue denen halt nicht so über den Weg, dass es da mit rechtsstaatlichen Mitteln zu sich geht und dass die wirklich nur das sagen, was sie alles denken. Und ich glaube, die werden an ihren Stammtischen noch einige Sachen sagen, die sie halt in einer Fernsehtalkshow oder auf einer Bühne dann vielleicht doch bleiben lassen. Glaubst du eine Nancy Faesers ehrlich zu dir? Nö, auch nicht. Siehst du? Und jetzt Leute, die einer Nancy Faeser positiv gegenüberstehen, das ist beispielsweise unsere Work-Up-Twitch-Bubble hier. Glaubst du, du kannst sie einladen und sie sind dann ehrlich zu dir, was den Erhalt unserer Demokratie angeht? Ja, aber da gibt es ja nicht nur eins und null. Also ich weiß nicht. Also Nancy Faeser mag ich auch nicht besonders, aber sie ist mir dann doch ein bisschen lieber als so ein Höcke oder sowas. Die hat das Beamtenrecht umgeschrieben und die Unschutzvermutung abgeschafft. Durch das Demokratiefördergesetz soll die Meinung, also ist ja schon so ein orwellianische Nomenklatur bei der Gesetzesbenennung, Demokratiefördergesetz. Da soll die Meinungsfreiheit massiv mit eingeschränkt werden. Also dann kannst du bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Es soll neue Zensurgesetze geben. Es gibt schon das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, bald soll der, okay, das ist jetzt EU-Ebene, der Digital Services Act, der soll bald kommen, womit die Zensur von beispielsweise unseren Kanälen sehr viel leichter werden wird. Also das sind keine guten Entwicklungen. Natürlich nicht. Ja. Ist halt aber schwer zu vergleichen. Der eine ist halt an der Macht und der andere will an die Macht. Und wie die Welt anders gewesen wäre, wenn man da jemand anders hingesetzt hätte. Natürlich kannst du dem, auf den einen wütender sein, weil der jetzt halt gerade da ist. Genauso wie ich auch die CDU all die Jahre nicht gut fand und fand, dass die viel Schaden angerichtet haben. Ich glaube halt nur, anderen ist halt auch nicht zu trauen, dass man denen nicht unbedingt dabei helfen kann, sollte, die zu ersetzen, sondern vielleicht sich da schon ein bisschen genauer abgrenzen und sagen, also guck mal, wenn du mit einem Bartonek zum Beispiel sagst, mit dir rede ich nur über folgende Themen, dass man das vielleicht bei anderen Leuten auch macht, dass man dann sagt, ich glaube, du hast mich nicht verstanden, das hat mit seinem Verhalten zu tun. Das hat nichts mit seiner Ideologie zu tun. Wenn er bereit zu einer inhaltlichen Debatte gewesen wäre, wenn er mich nicht moralisch abgewertet hätte, wenn er nicht gefordert hätte, Leute, politische Gegner von ihm aus dem Diskurs auszuschließen, wenn seine Gespräche nicht daraus bestehen würden, dass er einem das Gegenteil dessen unterstellt, was man ihm eben gerade gesagt hat. Also wenn er bereit zu einem Diskurs gewesen wäre, dann hätte ich natürlich diskutiert, aber das ist er ja nicht. Also wenn jemand nicht bereit zu einem Diskurs ist, kannst du mit ihm nicht reden. Wenn jemand bereit ist, dann kannst du mit ihm reden. Und die Leute aus der Honigwabe, die waren bereit. Jemand wie Wartonek oder Nathan ist es offensichtlich nicht. Und ich bin auch in die Gespräche immer noch zu gut Feld reingegangen. Ich habe die beiden viel zu sehr ausreden lassen. Ich habe sie viel zu sehr ihre Punkte erläutern lassen. Ich hätte da nach 15 Minuten rausgehen sollen. Ich hätte aufzeigen sollen, wie antidemokratisch totalitär diese Ideologie ist. Aufzeigen sollen, dass das unsere politischen Gegner sind. Aufzeigen sollen, dass die nichts wollen, außer uns zu schaden, durch diese moralischen Vorwürfe, die letztlich auch nichts außer Unterstellungen gründen. und danach hätte ich das Gespräch verlassen sollen. Also mit diesen Leuten kannst du nicht reden. Weil sie nicht an einem Diskurs interessiert sind. Weil sie gar keine Argumente austauschen wollen. Also diese Leute sind jetzt Nathan, Bartonek und Leute, die denen folgen oder die mit denen gemeinsam streamen? Leute, die sich so verhalten. Und bisher hat sich jeder Walk-A-Streamer, ausnahmslos jeder, mit dem ich zu tun hatte, mir gegenüber so verhalten. Meinst du, das ist Gesetz, dass das auch so bleibt? Und ist das irgendwie deren tiefe Überzeugung? Das ist nur meine Erfahrung. Also ich kann nicht ausschließen, dass es einen Walk-A-Streamer gibt, mit dem man normal reden kann. Aber bisher bin ich ihm noch nicht begegnet. Bisher habe ich auch noch keinen gesehen, der auf mich reagiert hätte und der irgendwie noch normal im Kopf wäre. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte mir beim Talk mit Nathan beispielsweise auch was anderes erhofft. Also der hatte auch vor unserem Gespräch, wirkte der gesprächsbereiter als im Gespräch. Da war der dann ja doch ein bisschen, also ja, es ist jetzt auch wieder eine Weile her. Das war ja dann auch ein bisschen unangenehm, als ich mit dem geredet habe. Bei euch war es, glaube ich, noch krasser. Da hat er irgendwann aufgelegt und sowas. Naja, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie mehr Hoffnung, dass die Leute sich dann doch nochmal fangen und man irgendwie mehr auf einen Nenner kommt als bei gewissen anderen Leuten. Aber du kannst das auch gerne anders sehen. Ja, man muss ja nicht überall einer Meinung sein. Das ist ja auch das Interessante bei den Rechten. Wenn du da, keine Ahnung, die kommunistischsten Punkte raushaust, dann haben die damit erstmal überhaupt kein Problem. Die widersprechen dir inhaltlich. Also sie versuchen nicht dann, dich zu diffamieren. Wenn du das bei den Walkies machst, dann versuchen die dich gleich als Rechtsradikalen darzustellen und aus dem Diskurs auszuschließen. Und das ist doch ein sehr krasser Unterschied. Aber ich glaube, damit kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich anders gesehen habe. Du meintest, ich würde alternative Medien zu positiv sehen. Also erstmal sehe ich das natürlich anders. Es ist ja klar, wenn du, also es ist ja klar bei meinem Verhalten, aber ich finde, wir sollten keine Angst vor alternativen Medien haben. Und ich finde, wir sollten diese, also die Dinge, die sie darstellen, zumindest vernünftige alternative Medien, wir müssen ja jetzt natürlich nicht irgendwelche neoliberalen oder kriegstreiberischen Artikel aus Neos hier vorstellen und seht, ja, das ist ein alternatives Medium. Schaut euch das mal an. Nein, das ist genauso schlimm wie das, was euch der Mainstream präsentiert. Haltet euch davon, also seid ihr genauso vorsichtig wie beim Mainstream, aber bei alternativen Medien, die, wie gesagt, sich für Frieden einsetzen, die eine andere Sicht auf andere Länder bringen, beispielsweise Russland, ist ja gerade das wichtigste Beispiel, aber auch auf den Iran, auf grundsätzlich auch außenpolitische Konflikte oder eine andere Sicht auf Wirtschaftspolitik. Ich meine, da gibt es ja auch Magazine wie Relevante Ökonomik, das Makroskop, das Jackerman Magazin. Also da sollte man jetzt nicht Angst vor haben, sondern da sollte man wirklich den Kontakt suchen, da sollte man versuchen, diese Stimmen darzustellen und sich damit, ja, sich damit auseinanderzusetzen und da auf keinen Fall irgendwelchen Abstand zu wagen. Man sollte keine Angst vor Kontaktschulden oder Ähnlichem haben. Das war da eigentlich nur meine Position zu. Also an sich würde ich jetzt auch sagen, alternative Medien an sich komplett ablehnen können wir ja gar nicht, sind wir ja selber. Also wir sind ja hier kleine, unabhängige Streamer. Gut, wir sind auf einer großen Plattform, aber wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie bei einem großen Verlag angestellt. Also wir werden garantiert auch irgendwie unter alternative Medien fallen. Deswegen jetzt nicht per se. Ich glaube halt nur, es gibt in den sogenannten alternativen Medien dann auch so ein paar, die, ja, die auch wirklich halt nichts Gutes im Schilde führen und die vielleicht nach außen sagen, dass sie für Frieden oder für Freiheit sind. Das klingt ja auch immer ganz gut. Deren Forderungen aber, ja, im letzten Resultat dann nicht unbedingt Frieden oder Freiheit bedeuten würden. Und dass die, ja, weiß nicht, man sagt dann, hey, red doch mal nett mit Russland, das sind tolle Leute und dann kommt Russland vielleicht da doch ein bisschen besser weg, als sie eigentlich wirklich drauf sind, oder? Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, wir können ja mal den Namen nennen. Thomas Röper beziehungsweise Dominik Reichert und Antti Spiegel. Also das war ja das Beispiel, was ich im Talk mit Martonek hatte. Ich habe mir die nicht genau genug angeguckt. Pro-Russisch. Also das kannst du, glaube ich, schon sagen. Okay, die sind pro-Russisch, das sagst du selber. Sagt Dominik Reichert von sich selber, wenn du ihn fragen würdest. Aber die liefern die andere Sichtweise, die hier in den Medien gar nicht vorkommt. Also dadurch, dass sowas wie RT gesperrt wurde, haben wir halt nur noch so, wie gesagt, das, was wir haben, ist noch das Neutralste, was du hier irgendwie hast. Und auf der anderen Seite hast du dann nur noch NATO-Propaganda. Und wenn du halt auf der einen Seite NATO-Propaganda, auf der anderen Seite russische Propaganda, russische Propaganda dann sowieso weniger, weil die ganzen transatlantischen Thinktanks ja in alle Mainstream-Medien reinregieren. Und weil alle Mainstream-Medien amerikanischen Investoren gehören, also die ganzen Machtmechanismen, die brauche ich da jetzt nicht nochmal einzeln aufzählen. Aber die russische Propaganda, die hat ja sowieso nur einen viel kleineren Anteil im Diskurs ausgemacht als die transatlantische Propaganda. Und wenn du halt beide Sichtweisen hast, dann siehst du, dass unsere Sichtweise in der Mitte steht. Wir sind aktuell am äußersten pro-russischen Rand des Overtone-Fensters. Wenn beide Propagandas, sage ich mal, im Diskurs vorkommen und an den Rändern des Overtone-Fensters sind, dann sind wir plötzlich in der Mitte des Overtone-Fensters. Und das sollte unser Ziel sein, damit sich die Politik mehr in Richtung Frieden, mehr in Richtung Ausgleich bewegt, was wir ja wollen. Also ich meine, wir sind ja nicht pro-russisch, sondern wir sind einfach für einen friedlichen Umgang der Völker untereinander. Okay, also es war jetzt sehr viel. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du sagst, die eine Propaganda ist so verbreitet, dass die andere Seite zu kurz kommt, also dann bringt das ja nichts, die andere Seite zu pushen, damit du irgendwie, also ich glaube, du stellst dir das vor, du hast ein Gegengewicht, aber vielleicht hast du dann auch nur eine Eskalationsspirale, dass dann die Spaltung noch weiter passiert. Weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die so wie wir sich mal Öffentlich-Rechtliche angucken, mal Spiegel angucken und mal Ken Jebsen angucken oder Kayvans, so wie Sjawas heißt der jetzt. Also ich kann gerne gestehen, ich gucke bei beidem manchmal rein und gucke mir mal dieses und mal jenes an und versuche da auch ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten, wer diese Leute jeweils sind und wofür sie stehen und wer dahinter ist. Ich weiß halt nicht, ob das unbedingt jeder macht und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich dann so ein Team aussuchen und die sind dann entweder, sind sie totale Fans vom ZDF und sagen, alle anderen sind Schwurbler, die wollen wir nicht oder die sind halt Vollteam-Schwurbler und sagen, alles, was ZDF und Spiegel sagen, das ist immer gelogen. Also wenn man einen Kanal schon Anti-Spiegel-TV nennt, ist das ja schon eigentlich ein klares Statement. Und ich glaube, da gibt es dann leider ein bisschen Leute, die sich da einfach ein Lager aussuchen und du hast das ja in der Pandemie auch ganz stark gesehen, dass es da sehr viele Leute gab, die gesagt haben, ich mache einfach alles, was die Regierung sagt und alles, was irgendein Experte sagt und manche sagen, du wirst da irgendwie mit der Spritze umgebracht und was dann in gewissen Telegram-Gruppen passiert und die Seite, die einfach sagt, naja, vielleicht gibt es die Krankheit, aber manche Maßnahmen sind vielleicht auch verkehrt oder so, die ist ein bisschen kurz gekommen, die Seite, weil das, ja, weil halt beide Seiten sich an den Rändern so stark aufgebaut und beschossen haben und wenn du irgendwo in der Mitte warst, dann warst du im Grunde der Feind für beide. Corona ist ein sehr gutes Beispiel, was du da gerade wählst, denn das zeigt, dass wir irgendwie verlernt haben zu diskutieren und bei Corona, da war es ja der Mainstream, der sich abgeschottet hat, der dann, also das radikalste an Kritik, was an der Corona-Politik irgendwie vorkommen durfte, war dann Hendrik Streeck, der dann von der MyLab zurechtgewiesen wurde, was er sich denn eigentlich einbildet. Hier schnellere Lockerungen zu fordern beispielsweise und dass dann überall so Werbung für die Impfpflicht gemacht wurde mit Argumenten, die ja offensichtlich, also zwei Monate später für alle offensichtlich falsch gewesen waren, wo man sich fragt, wie konnte da so eine organisierte Kampagne stattfinden? Also da hätte es wahrscheinlich schon gut, da wäre es wahrscheinlich schon gut gewesen, wenn das Overton-Fenster breiter gelassen hätte und noch andere, noch, ja, kritischere Meinungen zugelassen hätte, dann hätten sich vielleicht auch nicht so viele Leute in irgendwelche obskuren Telegram-Gruppen verirrt, wo dann tatsächlich Unsinn geredet worden wäre. Also wenn man einen breiteren Diskurs zugelassen hätte, dann wäre die Gesellschaft wahrscheinlich weniger gespalten gewesen und nicht mehr. Ja, also natürlich, da ist einiges nicht gut verlaufen, da stimme ich dir voll zu. Ich meinte das jetzt gerade nur als Beispiel dafür, dass Leute sich, dass Leute doch sehr stark dazu neigen, sich so ein Team auszusuchen und das andere Team dann kollektiv verurteilen, weil ich glaube, dass bei allen Seiten hin und wieder mal was dabei ist, bei manchen vielleicht ein bisschen seltener, bei manchen ein bisschen häufiger, wo schon irgendwie Wahrheit dran ist oder wo man auch sagen kann, gut, bei den ein, zwei Punkten weiß ich, der ist irgendwie, da ist der ein bisschen seltsam drauf, aber bei den anderen Punkten höre ich doch gerne zu. Ja, ja, also, aber wenn du, also wenn du das verringern willst, dann hilft es ja eigentlich nur, die Teams in den Dialog entgegeneinander antreten zu lassen und nicht ein Team quasi dann komplett aus dem Diskurs auszuschließen. Also das, damit bringst du die Leute ja quasi dazu, entweder sie hören auf dem Mainstream oder sie verabschieden sich komplett aus dem Diskurs und dann hast du halt da Radikalisierungstendenzen, die du verhindern könntest, wenn du den Diskurs halt aufrechterhalten hättest. Ja, aber was ist denn, wenn ein Team dabei ist, was eigentlich nur das Interesse hat, die anderen Teams kaputt zu machen? Äh, das hat, ähm, das ist, ähm, sehr, sehr pauschale Sichtweise, die jetzt, wobei dieser, äh, wie gesagt, NATO-Propaganda in Teilen sicherlich richtig ist, äh, da, da gibt es Leute, viele Leute dabei, die sämtliche andere Meinungen aus dem Diskurs ausschließen, ähm, wollen, deswegen ist es ja zur Zensur von Russia Today beispielsweise gekommen, dann sollten wir das, äh, kritisieren und uns dafür einsetzen, dass alle, alle gehört werden. Also, ich weiß jetzt nicht, welches Beispiel meinst du denn konkret? Na, wenn du halt, ähm, stark rechtsradikale Kräfte hast, beispielsweise. Ja, die sind ja gesellschaftlich irrelevant. Also, darüber brauchen wir nicht reden. Die, die gibt's ja in Deutschland in relevantem Ausmaß gar nicht. Also, da sind ja auch, wenn man's jetzt als alternatives Medium betrachtet, es gab ja auf YouTube zum Beispiel auch solche Formate wie, ähm, ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, irgendwie Multikulti trifft Nationalismus oder sowas, wo sich dann, ähm, ich glaub, das war ein Musiker von Stahlgewitter oder so, mit, äh, mit irgend so einem Schwarzen hingestellt hat und gesagt hat, guck mal hier, ich bin ja gar nicht so gemein zu dem. Oder es gab eh so ein Talk kürzlich mit irgend so einem NPD-Mitglied, was, äh, was irgendwie Döner essen gegangen ist mit so, mit so, ähm, irgendwelchen, ich glaub, man ist irgendwie aus der, aus der Rap-Szene oder so, irgendwelche YouTuber. Und, äh, weißt du, die wollen sich dann so präsentieren, dass sie sagen, es gibt hier dieses Klischee, dass wir irgendwie, ähm, Migranten als minderwertige Menschen ansehen, aber wir sind ja gar nicht so. Guck mal hier, ich steh neben ihm und bin ganz nett zu ihm. Ähm, ich glaube halt, dass die sich nur so lange so verhalten, wie sie nicht in der Mehrheit sind. Und sobald die irgendwo was zu sagen haben, äh, würde dann, würden dann schon, glaub ich, manche Leute ganz andere Töne anschlagen und, äh, doch mal ein bisschen, bisschen härter durchgreifen oder ein bisschen, äh, ja, Gewalt anwenden gegen andere Leute. Also, du redest hier gerade von einem, äh, ziemlich irrelevanten Beispiel. Das ist genau das, was ich meinte. Die NPD sitzt in keinem Landtag, sie hat nicht mal einen Sitz im Europaparlament. Also, die Tierstizpartei ist relevanter als die NPD in Deutschland. Ja, gut, jetzt aktuell, ne? Also, gut, die, also sind ja auch, die AfD hat denen, glaube ich, auch einige Stimmen weggenommen. Da sind, also, AfD ist halt auch ein schwieriges Feld, weil das ist, äh, eine zu große Partei eigentlich, um die über einen Kamm zu scheren. Da sind ja auch verschiedene Strömungen drin. Da hast du natürlich, äh, solche Leute, wie von der Anfangszeit, solche Lukas und so, die einfach irgendwelche neoliberalen Wirtschaftsleute sind. Dann hast du da eine Gruppe an Christen und eine Gruppe an, äh, hier, diese Adligen wie von Storch und so, die irgendwie, die Adligen wieder pushen wollen. Aber du hast halt auch ein, äh, du hast halt auch eine starke rassistische Strömung da drin. Und, ähm, ich weiß halt nicht, ob man, ob man da sagen kann, na ja, zu mir ist er ja nett. Ja, bei Rassismus, das ist ja was, was du im Diskurs widerlegen kannst. Da haben unsoziale Marktwirtschaft und ich zuletzt auf ein Video von Schattenmacher und Schlomo reagiert, wo die so eugenische Thesen rausgehauen haben und wir haben das dann inhaltlich widerlegt. Sowas kannst du ja machen. Ja, finde ich ja auch gut. Ja, da musst du mit den Leuten in den Diskurs treten. Da musst du auf die Inhalte reagieren oder sie halt direkt einladen. Ja, ja, gut, wenn man sie genau zu solchen Themen einlädt, dann kann man das natürlich machen. Man muss dann halt aber auch gewappnet sein, das richtig hinzukriegen. Also ich will dir da jetzt auch gar nichts unterstellen, dass du das an sich nicht kannst. Ich kann nur jeden verstehen, der irgendwie sagt, ich selber habe da keine Lust drauf, weil ich glaube, die gehen halt nicht so irgendwie mit fairen Mitteln rein, wie wir das jetzt machen würden. Ja, wie gesagt, ich würde da nichts unterstellen. Das kannst du bei jedem einzelnen Charakter ja schauen. Du siehst ja, wie die sich öffentlich verhalten. Also bei AfD-Politikern, bei rechten Influencern ist es ja nicht so, als dass die sich nur für Debatten mit anderen Leuten aus dem Haus trauen würden und dann, also du hast ja von denen dutzende, hunderte Online-Auftritte, wo du sehen kannst, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben. Das ist ja mehr oder weniger ein offenes Buch und genau so gehe ich ja auch bei anderen vor. Und wenn ich dann sehe, da will mir jemand Dinge unterstellen, die nicht stimmen, da will mir jemand ein moralisches Standgericht bereiten, um mich dann aus dem Diskurs auszuschließen, da will jemand also mir Positionen unterstellen, die nicht stimmen, dann schaue ich, ob ich die Möglichkeit habe, das im Talk dann out zu callen oder ob ich dann lieber auf den Talk verzichte. Und das ist immer, also das ist immer wichtig, mit wem redet man da und da muss man sich die Person schon angucken konkret, da muss man sich natürlich darauf vorbereiten. Also einer im Chat schreibt schon wieder gerade, ich sei naiv, ich weiß nicht, wo ich naiv sein soll. Also bitte sagt es mir mal konkret. Ihr könnt auch gerne euch im Chat beteiligen, wenn ihr wollt, also ja, ich habe hier auch kein Skript oder sowas, das sind alles irgendwelche losen Gedanken, die ich mir über die Zeit so gemacht habe oder manches war ja auch in dem letzten Video, was ich von dir geguckt hatte. Ich sehe halt gerade so Entwicklungen, es ist natürlich auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass ja, also die Gesellschaft sich in manchen Teilen natürlich wieder auch aneinander annähert, aber an anderen Teilen sich auch ein bisschen weiter spaltet und wenn du gewisse Leute einlädst, die zu dir nett sind und dir nichts versuchen zu unterstellen, ich glaube halt auch, dass das Leute sind, die ja dir persönlich gegenüber nicht böse eingestellt sind, aber gewissen anderen Leuten, die denen halt nichts getan haben. Ich meine, du bist halt, du bist halt auch ein weißer Deutscher, so deswegen haben die ja mit dir vielleicht auch nicht so das Problem. Ich weiß nicht, ob die genauso freundlich mit dir in den Diskurs gehen würden, wenn du irgendwie Ali heißt oder wenn du schwarz wärst oder so. Dieses moralistische Politikverständnis finde ich absolut katastrophal. Du findest immer irgendeine Opfergruppe, gegen die ein Politiker dann vorgehen will oder vermeintlich vorgehen will. Das wird ja auch heutzutage mehr unterstellt, als das dann tatsächlich stattfindet. Und dann kannst du den aus moralischen Gründen ablehnen oder du stellst irgendwelche moralischen Axiome auf und wenn jemand dagegen verstößt, dann ist der böse und der kannst du aus dem Diskurs ausschließen. Also das finde ich sehr, sehr gefährlich. Du hast vorhin verfassungsfeindlich genannt. Okay, das wäre noch ein relativ hartes Kriterium. Was wohl auch auf 99 Prozent der AfD wahrscheinlich nicht zutreffen würde. Jedenfalls nach den öffentlichen Äußerungen. Wie gesagt, unterstellen kannst du dir natürlich immer viel, wenn der Tag lang ist. Aber ja, ja, das, also, wenn du, wenn du mit so einem Moment... Höcke wurde jetzt kürzlich erst verurteilt wegen einem Slogan, den er da gebracht hat. Also hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja, aber da gibt es grünen Politiker, die haben schon schlimmere Sachen gesagt und die wurden nicht verurteilt. Also Baerbock hat sich ihren O-Politik auf ihren Großvater bezogen, der ja schon mal gegen die Russen gekämpft hat. Echt? Wann hat sie das denn gemacht? Ich glaube, da hat sie eine Rede in Polen gehalten. Müsste ich noch mal nachgucken. Okay, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja, weil darüber nicht so viel berichtet wurde. Über Höcke wird viel berichtet. Ja, also, da hat er dann ja auch, da wurde sich dann rausgeredet, vielleicht wusste er das nicht und vielleicht war das aus Versehen, sorry, das glaube ich bei einem Geschichtslehrer einfach nicht. Also ich glaube, er wusste, was er da gesagt hat und er wusste auch, warum er das gesagt hat. Wie gesagt, das haben dann Gerichte zu entscheiden. Ja, ist auch die Frage, inwieweit man so etwas wie Volksverletzung überhaupt unter Strafe stellen sollte. Also da gibt es ja auch solche Urteile wie gegen KuchenTV, das hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, wo man sich fragen muss, muss das jetzt unter Strafrecht fallen? Deswegen ist das immer, also ich tendiere eher dazu, Meinungsfreiheit zuzulassen, anstatt sie einzuschränken. Also ich bin in vielen Punkten da halt ziemlich liberal. Ich sehe da keinen großen Vorteil, das so weit einzuschränken, aber das ist nochmal eine andere Debatte, brauchen wir jetzt. Ich glaube bei KuchenTV aber nicht, dass der ähnliche Ziele hat oder ähnliche Ideologien. Bei KuchenTV denke ich halt einfach, das war ein edgy Teenager oder ich weiß nicht genau, wie alt er da war, vielleicht war er da auch schon irgendwie über 20, aber halt ein Jugendlicher, der schocken will und der ein bisschen durchs Internet geht und edgy Witze macht und so, dass man den jetzt unter dem Straftatbestand verurteilt, fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja, aber du kannst, also das Recht muss für alle gleich gelten. Also das Recht muss unabhängig von deiner Ideologie gelten. Sonst geraten wir hier in so eine stark politisierte Justiz, die dann bestimmte Gruppen härter herannimmt als andere und wenn dann die falsche Regierung einer macht, dann kann es sein, dass unsere Gruppe schneller herangenommen wird. Das sehen wir ja zu einem kleinen Teil gerade. Aber es ist ja immer Auslegungssache. Du würdest ja immer bei, wenn du jemanden vor Gericht setzt, sagen, okay, unter welchen Umständen, warum macht der irgendetwas, wie verhält der sich sonst so, also wie zurechnungsfähig ist der und wenn du dann sagst, okay, das ist hier irgendwie so ein 20-Jähriger, der auf Facebook und YouTube ein bisschen provozieren möchte, dann ist es halt seltsam, wie wenn man den gleich bestraft, wie das ist ein Politiker, der Geschichtslehrer gewesen ist und wo man halt schon sich eher denken kann, warum sagt er sowas. Ja, wie gesagt, über diese Einzelfälle brauchen wir jetzt nicht groß reden, aber zum Abschluss, wie gesagt, dieses moralistische Verständnis, da hat jemand was gesagt, was gegen bestimmte moralische Axiome verstößt, was so einer moralischen, höhergewichteten Opfergruppe schaden könnte. Wie gesagt, das ist dann sehr häufig eine Unterstellung. Das finde ich sehr problematisch, weil das schon die Grundlage für die Zerstörung des freien Diskurses bildet. Ich meine, die Walkies, die wollen uns da nämlich mit der gleichen Begründung aus dem Diskurs ausschließen. Also wenn wir diese Waffe anfangen gegen Gegner einzusetzen, also wie gesagt, ich finde das schon auf grundsätzlicher Ebene falsch, ich kann ja jetzt nochmal ein politisches Argument bringen, also das werden unsere Gegner morgen dann gegen uns wenden, wenn wir versuchen, das gegen unsere Gegner einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das von uns abhängt, ob die das machen, weil die machen das ja, glaube ich, unabhängig davon, oder? Ja, die Anerkennung demokratischer Standards beruht auf Reziprozität. Also, dass der beispielsweise eine Seite nicht das Bundesverfassungsgericht, wenn sie gerade eine große Mehrheit hat, mit ihren Kandidaten besetzt und da dann, keine Ahnung, Parteisoldaten der CDU hinsetzt, die dann immer so urteilen, wie die CDU es gerade will. Das basiert darauf, dass die CDU darauf vertrauen kann, dass wenn die SPD die Mehrheit hat, dass sie das dann nicht auch macht, sondern das basiert darauf, dass alle sich in gewisser Art und Weise zurückhalten und das bröckelt gerade nach und nach und das finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung, die wir nicht noch befeuern sollten. Also, wenn man sagt, okay, da wird sich eh nicht mehr demokratische Standards gehalten, Nancy Faeser jetzt mit ihrem neuen Beamtenrecht, mit dem Demokratiefördergesetz, andere rechtsstaatsfeindliche Vorschläge aus der SPD, die schon auf Anerkennung, Aberkennung von Staatsbürgerschaften hinauslaufen, also Sachen, die ja angeblich nur die böse AfD will, aber die vor kurzem die SPD vorgeschlagen hatte. Also, das sind... Ich frage mich halt, ob die das im gleichen Maße durchziehen werden. Also, dass man jetzt sagt, die einen, die wollen irgendwie eine halbe Million Leute abschieben, aber die anderen, die wollen ja auch 100 abschieben oder das ist jetzt fiktive Zahlen. Also, das ist ja nicht das Gleiche, dass man jetzt sagt, aber ja, die haben ja auch schon mal sowas gemacht. Das geht ja auch um die Anzahl der Leute, die sowas fordert und um die Intensität. Ja, ja, ähm, ja, das werden wir sehen. Also, wie gesagt, das Maximum dessen, was ich hier in der EU für möglich halte, ist tatsächlich, ähm, so eine Regierung, wie sie Viktor Orban in Ungarn etabliert hat. Also, dass die Medien dann halt auf rechts gedreht werden oder befreundeten Oligarchen aufgeteilt werden, äh, dass man das Wahlrecht ändert, dass man die staatlichen Behörden halt dazu benutzt, um so eine Art rechte Cancel Culture zu etablieren. Aber, da gibt's keine groß angelegte Remigration, kein groß angelegtes Ausscheiden des Rechtsstaats, keine Abschaffung demokratischer Wahlen. Also, es wird nicht viel schlimmer, also, das Schlimmste, was von rechts, was heimlich möglich ist, wie gesagt, ich kann mich mit der Einschätzung irren, Adam, bring mir bitte sachliche Argumente, warum ich mich irren sollte, ist sowas wie in Ungarn passiert. Also, das Gleiche, was wir gerade erleben, nur halt dann auf rechts gedreht. Also, aus unserer Sicht ist beides abzulehnen und gefährlich, aber, ja. Also, auch wenn ich die Ampel nicht besonders mag, ich lebe schon lieber in einem Land, wo die Ampel regiert, als ein Orban oder eine Meloni. Eine Meloni, die hat ja in Italien gar nichts groß gemacht, die ist ja in allen Bereichen eingeknickt. Also, da kommen sogar mehr Flüchtlinge in Lampedusa an, als sie noch ins Amt gekommen ist. Beispielsweise. Ja, was ist denn? Also, würdest du gerne in Orbans Ungarn jetzt gerade wohnen wollen? Also, nicht viel weniger, also, jetzt aus politischer Sicht nur, nur was einschränkende Meinungsfreiheit angeht, ist da nicht viel weiter fortgeschrittener als hier in Deutschland. Also, hier musst du auch Angst haben, dass morgen der Verfassungsschutz vor der Tür steht, wenn du was Falsches äußerst. Du weißt ja nicht mehr, ob der dich beobachtet. Jetzt kann er einfach so anfangen. Der beobachtet ja sogar seinen ehemaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen. Also, das geht ja schon ziemlich weit, was der Verfassungsschutz sich da rausnimmt. Ja, gut würdest du sagen, die sollen den nicht beobachten. Nein. Der soll abgeschafft werden, der Verfassungsschutz. Das ist eine Institution, das ist ein Repressionsinstrument gegen uns Oppositionelle. Und das richtet sich aktuell noch nicht so stark gegen uns, aber wenn die Zustände sich zuspitzen, könnte sich das auch gegen uns richten. Und da sollten wir auf jeden Fall uns vor in Acht nehmen. Du guckst gerade so überrascht. Ja, also komplett abschaffen halte ich jetzt nicht für die beste Idee, ehrlich gesagt. Das hat die Linkspartei Ewigkeiten gefordert. Das war immer eine Forderung, weil... Ja, ja, aber die fordert das jetzt nicht mehr, oder? Weil sie da jetzt ihre Leute platziert, weil sie den Verfassungsschutz politisiert und, ja, dann sollte, wie Stefan Kramer da hinsetzt. ideologisch überzeugte Antideutsche mit Beziehungen zu Amadeo-Antonio-Stiftung. Naja, gut, also damals waren vielleicht andere Zeiten, dass man damals gedacht hat, man braucht den nicht so sehr. Also der hat natürlich auch einige Fehler gemacht, dass NSU so lange unentdeckt gewesen ist oder man so lange die nicht aufgehalten hat. Das spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für den Verfassungsschutz, aber das könnte ja auch, ja, das könnte ja auch sein, dass da Herr Maaßen irgendwie seine Finger mit im Spiel gehabt hat und das vielleicht dann auch einen Grund gibt, den zu beobachten, oder? Also wenn man den Verfassungsschutz schon hat, dann sollte jetzt ein ehemaliger Präsident ja auch nicht unbedingt Immunität auf Lebenszeit kriegen. Du weißt ja gar nicht, in welche Richtung der sich entwickelt. Ja, aber sollte jemand wie Nancy Faeser darüber entscheiden, was verfassungsfeindlich ist? Naja, wer sollte denn darüber entscheiden? Wenn, also, also, so eine Behörde sollte es wie gesagt gar nicht geben, darüber braucht man gar nicht zu entscheiden. Wenn eine Partei verfassungsfeindlich sein sollte, dann gibt es da Möglichkeiten, sie vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Auch das ist problematisch, auch das Bundesverfassungsgericht ist nicht gefeit vor politischer Instrumentalisierung. Also das ist ja allein schon durch, aus dem Wahlprozess der Richter ergibt sich das ja schon alleine, aber es ist nochmal sicherer als der Verfassungsschutz, der ja einfach nur eine weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums ist, also wo eine Partei quasi da ihre Leute platzieren und dann ihre Gegner verfolgen lassen kann. Ja, ich überlege da halt immer, was kommt danach? Also auch wenn man den Verfassungsschutz oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert, auch zu Recht, und man fordert, dass da gewisse Sachen reformiert werden, wenn wir beides einfach direkt zerkloppen und abschaffen, was füllt denn dann die Lücke, die die gelassen haben? Also wer kommt denn dann stattdessen? Für den Verfassungsschutz, da ist keine Lücke. Also es gibt keine Lücke für zu wenig staatliche Repressionen gegen Oppositionelle. Also die sind ja quasi jetzt aktuellen Gegenspieler von Oppositionellen oder Extremismus, das ist ja offiziell, was sie suchen sollen. Wenn man jetzt irgendwie so ein NSU hat oder sowas und man schafft die Institutionen ab, die nach dem suchen, dann hat er ja freie Fahrt, oder? Es gibt doch noch die Polizei und die Staatsanwaltschaften. Also nach dem NSU wird gesucht. Also wenn du Sprengstoffbunker hast, dann kommt die Polizei bei dir vorbei. Da brauchen wir aber keinen... Anscheinend kommt sie ja nicht so schnell vorbei, hat man ja jetzt gesehen, oder? Ja, und der Verfassungsschutz hat den noch Geld... Also aus dem Umfeld der Verfassungsschutzes wurden den Geld und Versteckmöglichkeiten besorgt. Also ist die Frage, inwieweit der NSU ohne Verfassungsschutz... wie weit der gekommen wäre? Kann natürlich sein, dass der ohne Verfassungsschutz weniger weit gekommen wäre. Das ist jetzt alles Spekulation. Bei der NPD war es ja damals auch so, dass man da irgendwie deutlich mehr V-Männer drin gefunden hat, als vielleicht nötig gewesen wäre und dass die da auch ordentlich Geld reingebracht haben. Ja, ohne Verfassungsschutz hätten wir viele rechtsextreme Strukturen in Deutschland nicht. Also das ist ja schon seit jeher so. Also auch ist jetzt... Das ist jetzt nicht direkt vom Verfassungsschutz, sondern das ist nochmal unabhängig davon, die NATO-Geheimarmee, die wir hier in Deutschland hatten, diese Stay-Behind-Armee. Da hat man ja die Wehrsportgruppe Hoffmann gehabt und da hat man wirklich Rechtsextreme mit Waffen, Brennstoff und allem ausgerüstet, damit sie für den Fall eines sowjetischen Angriffs dann hier Terroranschläge hinter den Linien verüben kann. Also da hat man Rechtsextreme wirklich bewaffnet und militärisch ausgebildet. Mit staatlichem Geld. Also das hat dieser Staat gemacht. Ja, nur halt in Deutschland. Nun gut, ich weiß gar nicht genau, wie sehr wir das bewerten können von hier aus. Also auch wenn man... Aber wir kriegen ja nur mit, was das so durchsickert. Also gerade Verfassungsschutz oder BND oder so, die agieren ja viel auch geheim. Deswegen wissen wir ja gar nicht genau, was die machen und in welchem Umfang und was wäre ohne die. Ich bin da ein bisschen skeptisch halt, wie schnell man irgendwie sowas abschafft oder ändert und was dann passiert. Also der BND, das ist ein Auslandsgeheimdienst, den würde ich nicht grundsätzlich abschaffen. Ich würde halt das so regeln, dass er halt nicht im Inland agieren darf und sich im Ausland an gewisse Standards halten muss. Aber dass es den grundsätzlich gibt, ist ja nicht falsch. Also alle anderen Mächte versuchen uns abzuhören. Warum sollen wir nicht versuchen, im Ausland Informationen zu sammeln? Das ist ja nicht falsch, dass man Auslandsgeheimdienst hat. Also den nicht, aber ich weiß nicht, also wenn man jetzt einfach den Verfassungsschutz beendet, man sagt jetzt einfach nächstes Jahr, den gibt es jetzt nicht mehr. Der wird jetzt aufgelöst, wir entlassen alle Mitarbeiter. Was passiert dann? Also die haben ja vorher irgendetwas gemacht. Die waren ja nicht nur Bürokratie. Die haben ja schon Leute im Visier gehabt und das dann halt auch der Polizei weitergegeben, wahrscheinlich, wenn es drauf ankommt. Was ist denn, wenn... Es kommt drauf an oder vor der Polizei beschützt. Kann auch sein, weiß man nicht, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie sehr wir das beurteilen können. Genauso wenig, wie wir wahrscheinlich beurteilen können, ob wir nicht auch von Thinktanks manipuliert werden. Also ich weiß, du siehst das dann bei den Mainstream-Medien oder Menschen und sagst, ach wie dumm, die glauben irgendeine Propaganda, die denen reingequatscht wurde. Aber die Leute, die von der Propaganda bequatscht wurden, die merken das ja selber eigentlich so gut wie nie. Deswegen wissen wir das ja auch nicht, ob wir nicht von irgendeiner Seite mit Propaganda bequatscht wurden. Oder vielleicht jemand, dem du zuhörst. Also das kann ja auch second hand passieren, wenn das jemand, der eigentlich unverdächtig ist, auf irgendetwas gestoßen ist und das dann weitererzählt und dann macht das irgendwie die Runde und dann hast du vielleicht auch jemanden, der sonst vertrauenswürdig ist, der einmal daneben greift. Ja, deswegen sollte man sich von allen Seiten informieren und nicht nur von einer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass man halt eher auf die Erzählung einer Seite reinfällt und sich instrumentalisieren lässt. Ja, man sollte sich auch russische Propaganda anschauen, wenn es gerade einer im Chat schreibt. Und man sollte sich westliche Propaganda anschauen, aber auch Propaganda aus anderen Ländern und natürlich auch Medien, die man jetzt keiner Seite direkt zuordnen kann und sich daraus dann seine eigene Meinung bilden. Also seid kritisch, reflektiert euch und ja, sagt nicht, damit beschäftige ich mich, nicht alle Seiten machen Propaganda. Und der Großteil des hiesigen Diskurses ist extrem zugunsten der NATO, extrem zugunsten der Regierung, zugunsten der hiesigen Superreichen verzerrt. Und da kann es nicht schaden, sich mal was von außerhalb anzusehen. Ich glaube auch, dass du das kannst. Ich weiß halt nicht, ob das jeder kann. Und ich glaube, wenn du einfach einen unterdurchschnittlich intelligenten Menschen, der sich vorher nie groß mit so Dingen beschäftigt hat, wenn du dem einfach mal sagst, schau da doch einfach mal rein, du kriegst das schon irgendwie hin, zu verstehen, wie was gemeint ist und guck dir mal ein bisschen hiervon, ein bisschen davon an. Weiß ich halt nicht, wie gut die das hinkriegen, das im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube, du setzt da ein bisschen viel voraus, was einige Leute verstehen, aber viele leider halt auch nicht. Ja, das sehe ich anders. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube an eben über die Bürger. Ich glaube daran, dass die Menschen, dass die abwägen können. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich nicht groß für Politik interessieren und da das Problem liegt. Und es deswegen, gerade bei solchen Menschen wäre es ja besser, dass sie alle Meinungen mal gehört haben, selbst wenn sie sich nur wenig damit beschäftigen. Gerade bei solchen Menschen wäre es ja gut, wenn sie nicht nur die Propaganda der einen Seite am Rande mitbekommen, sondern die von mehreren Seiten, damit sie nicht gegenüber einer Seite völlig unkritisch sind und gegenüber der anderen dann überkritisch und da sich eventuell ein Feindbild aufschwatzen lassen, ohne es zu merken, weil sie halt nicht so tief im politischen Zusammenhang drinstecken. Aber du bist ja auch, also du bist ja offen BSW-Supporter. Aber die allergrößte Mehrheit der Menschen in Deutschland ja nicht. Die halten es ja trotzdem für eine bessere Idee, CDU, SPD oder irgendeiner der Bundestagsparteien zu wählen. Also ich weiß nicht, ob die alle jetzt einfach, die haben alle keine Lust gehabt, sich die andere Seite anzugucken oder also wieso kommen die nicht zu ähnlichen Schlüssen wie du, wenn die das auch alle sich angucken und reflektieren können? Sie haben eine andere Lebensgeschichte, sie haben andere Werte. Also das können einfach Dinge sein, die ja jetzt wenig mit dem Zugang zu Informationen zu tun haben. Und ja, ich glaube, dass viele Menschen durch die Mainstream-Medien manipuliert werden und die Altparteien wesentlich schwächer werden, wenn weniger Menschen diese Medien konsumieren würden, z.B. wesentlich kritischer hinterfragen würden, was da so läuft. Ich würde mir da halt wünschen, dass man dann nicht entweder mit dem Mainstream oder gegen den Strom schwimmt, sondern so ein bisschen seinen eigenen Strom macht und mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, weil es gibt ja auch Leute, die sind dann die Gegenbewegung, aber die wirken dann leider oft auch sehr homogen. Also da hast du dann auch oft eine große Bubble, die zu gewissen Themen genau die gleiche Meinung hat. Und davon sollte man sich so ein bisschen freimachen vielleicht. Da fragt gerade einer im Chat, ob die Feststellung, dass andere Leute andere Werte als ich hätten, nicht moralisierend sein. Nein, das ist sie nicht. Das ist einfach eine Feststellung. Ich werte ja nicht über diese Werte. Diese Werte sind ja nicht falsch, nur weil sie andere Leute haben. Über Fragen der moralischen Wahrheit, über moralische Axiome kannst du schwer diskutieren, du nimmst sie an. Und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Axiome, auf denen sie ihre Entscheidungen gründen. Die kann man, hey, du kannst sagen, sehe ich moralisch anders, aber da kannst du schwerlich rational drüber diskutieren. Deswegen implizierte das gar keine Wertung über diese Werte, sondern nur die Feststellung, dass es andere als die meinen sind. Hast du das aus meinem Chat oder hat er das in beiden geschrieben? Nee, das habe ich aus deinem Chat. Okay. Ich dachte, da kommen mehr interessante Fragen als in meinem Chat. Bei mir schauen ja so immer meine Zuschauer zu und bei dir deine. Und deine sehen mich halt seltener als meine. Ja. Gibt es denn noch Fragen aus dem Chat? Wir haben, glaube ich, die ganzen Themen, die du aufgeschrieben hattest, alle abgearbeitet? Oder gab es von deiner Seite noch etwas? Nee, nee. Wie gesagt, dieses Kontaktschuld, dieses wir sollten Abstand halten, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Wir sollten zum Mainstream und zum rechten Lager Äquidistanz halten und bei den alternativen Medien, da sollten wir bei denen die vernünftige Sachen erzählen, wirklich vollkommen offen sein. Wir sollten die Leute zu Gast einladen. Wie gesagt, Thomas Röper, Dominik Reichert, gute Leute, mit denen kann man reden, die kann man einladen, mit denen kann man Talks machen. Da sollte man auf keinen Fall irgendwelchen Abstand halten. Also die sind uns wesentlich freundlicher gesonnen als der größte Teil der Mainstream-Medien. Das muss man sagen. Wie gesagt, sind vielleicht pro-russisch, haben eine andere Meinung als ich, aber wenn es solche Stimmen, muss es auch geben. Ja, also Kontaktschuld würde ich glaube ich auch ein bisschen anders definieren als du. Also ich sage jetzt nicht, dass das, also ich würde Kontaktschuld eher so definieren, dass du dann quasi auch als beschmutzt gehst oder so. Ich würde dich ja auch nicht verurteilen, wenn du mit denen redest. Ich finde es halt selber nicht gut. Ich denke, ich muss die teilweise nicht hier haben. Ich finde es vielleicht auch falsch, aber ich würde, also wenn du jetzt irgendwen da hast, den ich überhaupt nicht mag. Du meinst jetzt explizit die Rechten und nicht Leute aus den alternativen Medien, die sich keinem Lager zuordnen, sondern so quasi Auslandsberichterstattung oder sowas machen. Ich habe mich mit denen zu wenig beschäftigt, um da eine Meinung zu haben. Ich weiß bei manchen Leuten nicht, ob die Vorurteile gegenüber denen berechtigt sind oder nicht. Ich würde dich halt nicht verurteilen, weil du mit den Ganzen redest oder so, aber das heißt ja nicht, dass ich das gut finde. Also eine Kontaktschuld nicht im Sinne von, dass ich sage, du bist wohl genauso wie die. Das halte ich auch für bescheuert, wenn man dann, dann wäre jetzt ein Thilo Jung ist dann ja auch gleichzeitig bei Hamas und bei Putin und überall einfach. Nur weil er mit denen redet, heißt das ja nicht, dass er die 1 zu 1 genauso gut findet. Also er wäre dann wahrscheinlich gleichzeitig Hamas-Anhänger und AfD-Mitglied und letzte Generation auch. Ist, glaube ich, eine seltene Mischung. Das findet man wahrscheinlich nicht so, dass Leute das wirklich alles sind. Hier hat jemand im Chat mich noch falsch verstanden. Der schreibt, du hast vorhin gesagt, dass die Rechten irrelevant seien. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Rechtsextremen, also wirklich antidemokratische Rechte, Leute, die eine Führerdiktatur fordern, Leute, die einen ethnonationalistischen Staat fordern, wo alle ausländerethnisch rausgesäubert werden sollen, die sind irrelevant. Dann noch was zur Moralisierung. Ja, also jeder Mensch moralisiert in seiner täglichen Kommunikation. Ich habe nicht gesagt, hört auf zu moralisieren. Ich habe gesagt, hört auf aus dem Moralen ein politisches Argument zu machen. Das habe ich ja vorhin auch nochmal begründet. Also das mit dem Ethnonationalismus, das ist ja mit ein Problem und ist im Wort Remigration, dass da jeder was anderes drunter versteht. Da sagen dann manche nur die Illegalen und manche sagen dann alle, die irgendwie dunkler sind als ich. Also da kannst du ja viel reininterpretieren und garantiert ist es schon bewusst so gewählt und es gibt einige, die das so interpretieren, dass sie sagen, ich will aber, dass hier bitte alle blond sind oder sowas. Und wenn Höcke dann im Fernsehen gefragt wird, dann sagt er ja sogar, ich möchte, dass die ausgewanderten Thüringer wieder zurückkommen. Also das glaubt ihm ja wirklich keiner, dass er das damit gemeint hat. Ja, ja, es ist ja, wie gesagt, du hast es richtig beschrieben. Jeder versteht unter dem Wort was anderes. Das heißt, wenn du dich als radikal darstellen willst, kannst du es machen oder andere als radikal diffamieren willst, die es gar nicht sind, beziehungsweise wenn du dann dich jetzt gemäßigt darstellen willst, kannst du es mit dem Wort halt auch machen. Deswegen halte ich es für ein großes Problem unserer Zeit, dass ständig über Schlagworte debattiert wird. Also ich würde solche Diskussionen um Schlagworte generell damit beenden, dass ich nach wirklich konkreten Vorschlägen, was es damit gemeint fragen würde und sofort von diesen Schlagworten wegkommen würde. Sonst bleibt man immer nur der Oberfläche und kommt nicht tiefer in die Themen rein. Ich weiß nicht, was jetzt wäre, wenn man, das ist ja alles nur Spekulationen bei tatsächlich totalitären Systemen, die es ja überall auf der Welt hier und da gab oder Diktaturen oder irgendwie, dass es da was Schlimmes passiert, ob das vorher besser gewesen wäre mit denen mal nett in den Diskurs zu gehen und die zu entzaubern oder ob es besser gewesen wäre, bei manchen Leuten zu sagen, wir pushen die halt nicht besonders. Also wenn man es jetzt wieder auf Parteien bezieht, du hast ja bestimmt mitbekommen, erst gab es die Piratenpartei als die große neue Partei, der große Aufsteiger. Die wurden aber nicht so viel beachtet. Die haben ganz selten mal hier und da einen kleinen Auftritt gehabt, aber die waren dann relativ egal. Und AfD hingegen, die wurden ja andauernd besprochen und eingeladen und dann wurde darüber geredet, ob man sie einladen soll und dann gab es mal wieder irgendeinen Bericht, wo sie schlecht dargestellt wurden, dann wieder irgendeinen Bericht, wo man sagt, naja, vielleicht sind sie ja doch so mittel, aber die waren auf jeden Fall Dauerprogramm überall. Und die haben es jetzt reingeschafft. BSW ist jetzt wieder relativ selten im Gespräch. Also ich glaube, das hilft den Leuten auch, wenn die einfach jede Sendung bei irgendwelchen ÖR-Talkshows eingeladen oder besprochen werden, dann gibst du denen ja auch eine gewisse Relevanz, die sie vielleicht vorher gar nicht gehabt haben, dieses Fake-It-Till-You-Make-It-Prinzip. Und dass man damit vielleicht denen sogar hilft, wenn man die andauernd einlädt. Also jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, wenn wir jetzt so wieder so tun, als gäbe es die nicht oder als wären die irrelevant, jetzt ist der Schaden schon angerichtet. Wie gesagt, wir sind nicht der Mainstream. Das ist eine Frage, die brauchen wir gar nicht debattieren. Die können unsere Gegner ruhig debattieren, die hier gerade die Richtung angeben, in die sich dieses Land bewegt. Wir können nur anschauen, wie die sich verhalten und uns gegenüber verhalten, die sich nicht sonderlich freundlich. Das BSW wurde aus allen Vorwahlsendungen ausgeladen. Oder du kannst es auch auf der kleinen Ebene hier auf Twitch nehmen. Jeder ARD-Mix-Talk, also fast jeder ARD-Mix-Talk, bis auf der eine, wo es mal um Wirtschaftspolitik ging, wo wir alle mal mit reingekommen sind, ist größtenteils von Walkies besetzt, wo sie dann entweder Kriegspropaganda oder irgendwelche Walken-Talking-Points zu irgendwelchen Lifestyle-Themen wie, oh Gott, Antidiskriminierung oder Gendern oder sonst irgendeinem Quatsch da ablassen können. Das liegt ja auch an den Themen. Also wenn die regelmäßig auf ihre Agenda schreiben, dass es um Gendern oder Hogwarts Legacy oder neulich war, glaube ich, eine Woche nach dem Talk, wo wir mit drin waren, wo es um Bürgergeld ging und so, eine Woche danach ging es um diesen Eurovision Song Contest oder sowas. Also das ist ja eigentlich eine Steilvorlage, dass wir da nicht wirklich besonders viel mitreden können. Also die geben ja die Themen vor. Hast du ja auch gesehen, Erwin hat ja mal angerufen in der Sendung über das Gendern und hat gesagt, warum macht er dann immer nur Gendersendungen, macht auch mal über ein anderes Thema und alle haben gesagt, oh nein, derailing, wie kann er nur? Sie lernen Anglizismus und gleich damit kann man dann jede Debatte abwürgen. Also das muss man in dieser Funk-Journalisten-Ausbildung anscheinend lernen. Irgendwelche Fachbegriffe, mit denen man dann Leute rauskicken kann oder womit man dann sagen kann, jetzt kommt wieder zu dem zurück, was wir hier eigentlich abziehen wollten, aber wirklich inhaltliches Wissen haben diese Funk-Moderatoren an keinster Stelle über nichts, worüber sie berichten. Das ist eine einzige Katastrophe, was da journalistisch passiert. Also wenn es ein gutes Argument für die komplette Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt, dann ist das Funk. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass einige Intendanten oder hohen Tiere bei ARD das genauso sehen, dass Funk ziemlich bescheuert ist. Also ich glaube nicht so sehr, dass sie da besonders stolz drauf sind. Ich denke mal, wenn jetzt so ein Kai Kniffke irgendwo auf einer Bühne oder in einer Talkshow sitzt, dann wird der natürlich sagen, doch, doch, hier Funk, wir haben was für die jungen Leute. Aber der wird, glaube ich, über gar kein öffentlich-rechtliches Format sagen, dass das Scheiße findet. Und ich denke mal, dass die intern mit Funk jetzt auch nicht so zufrieden sind. Aber ich glaube, die sind auch nicht repräsentativ. Du magst ja zum Beispiel auch gerne die Anstalt. Das ist ja auch da. Also wenn man es komplett abschaffen würde, das wäre ja wie Antibiotika drüber, dann schafft die Funk ab, aber Anstalt auch. Die mag ich nicht mehr. Also die hat sich mit dem Ukraine-Krieg selber disqualifiziert. Also diese komplette Übernahme der gesamten westlichen Propaganda diesbezüglich und dann auch diese furchtbare Iran-Folge, wo es schon in Richtung westliche Interventionen ging. Also haben es nicht offen gesagt, da haben Sanktionen gefordert und diesen ganzen Unsinn, der sich ja vor allem gegen die einfache Bevölkerung im Iran richtet. Also das, die sind dann auch weg. Also seit dem Ukraine-Krieg würde ich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verhält sich wie ein geschlossen uns gegnerisch gegenüberstehender Block. Komplett alle. Fast alles. Fast alles, was da erscheint. Es gibt natürlich immer positive Ausnahmen. Je entpolitisierter die Berichterstattung ist, je mehr du in die Regionalberichterstattung, die Kulturberichterstattung kommst, desto unkritischer wird es, weil es da halt keine ideologischen, weltanschaulichen Kämpfe gibt. Aber je politisierter es wird, je mehr es um Geopolitik, um Wirtschaftspolitik geht oder um gerade irgendwelche umkämpften Themen, dann wird es unterirdisch. Und da ist auch nichts mehr, wo wir uns irgendwie vertreten fühlen können. Also spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges. Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges, habe ich gesagt. Vorher gab es da, wie gesagt, so Ausnahmen wie Monitor und die Anstalt, aber die sind mittlerweile komplett auf Linie. Also aber Schröder und Somunschu war doch nach Ukraine-Krieg erst, oder? Ja, ja. Da hat sich Serdar Somunschu in so einem kleinen Format mal kritisch zu Gast gemeldet, aber der Großteil, der da lief, der war auf Linie. Also wie gesagt, sowas wie die Anstalt, was Millionen Leute erreicht, das war nach 2022 nicht mehr das, was es 2014 mal war. Ich habe das nicht aktiv geguckt, deswegen weiß ich gar nicht, wie genau die sich entwickelt haben. Ich hatte die eigentlich noch recht positiv in Erinnerung. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt zum Scheitern verurteilt ist und man das komplett abschaffen muss, oder ob es da vielleicht doch noch die Gelegenheit gäbe, dass man da vielleicht die eine oder andere Sendung absetzt oder die eine oder andere neu reinkriegt. Aber das kann ich nicht entscheiden, deswegen weiß ich es nicht. Gott, also einige Leute in deinem Chat, die scheinen wirklich, die scheinen wirklich sich nur aus den Mainstream-Medien zu informieren, so wirkt das fast. Also wir haben überhaupt nicht mal die Schuldfrage in der Ukraine geredet. Also das ist ein Thema, was wir gar nicht angeschnitten haben und sofort gibt es einige Leute, die schreiben, Schuld an diesem Krieg ist nur Russland ererdet. Darum ging es hier gar nicht. An keiner Stelle. Oder diese folgloristische Russland-Apologetik. Also hast du in diesem Gespräch von irgendeinem von uns beiden, sei es von dir selbst oder von mir, irgendwelche folgloristische Russland-Apologetik bemerkt? Nicht direkt, nee. Also ich glaube, dass es einfach generell ein Trigger-Thema ist und dass es da sehr viele Leute gibt, die da sehr emotional werden. Gut, weiß ich jetzt nicht. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen? Dann haut hier noch mal was rein, wenn irgendwas noch nicht besprochen wurde, was hier rein muss. Aber ich glaube, jetzt wird es wieder, ist gerade eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, wahrscheinlich danach zu fragen. Auch dieser andere. Also ihr habt moralistisches Politikverständnis und unterstellt es dann uns. Hier schreibt gerade einer der böse Westen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass der Westen böse ist. Die USA, also die Hegemonialmacht des Westens, handelt anhand ihrer geopolitischen Interessen. Und das widerspricht halt den deutschen Interessen. Meiner Meinung nach. Also es ist nicht in deutschem Interesse, dass wir einen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten führen, der 20 Prozent unserer energieintensiven Industrie schon verscheucht hat. Das ist nicht in deutschem Interesse. Habt ihr was an dieser Begründung gemerkt? Es kam gar keine Moral darin vor. Ihr habt moralistisches Politikverständnis, ihr projiziert es dann auf uns, wenn ihr uns kritisieren wollt. Ich glaube, wie gesagt, es ist ein Trigger-Thema. Ich glaube, da interpretieren auch Leute was rein. Ich glaube, es beschäftigt sich auch kaum jemand so viel mit diesen Themen wie du. Du bist da ja schon wirklich tief drin. Du guckst dir echt viel an von verschiedenen Seiten. Ja, weiß ich nicht. Die anderen Leute, die haben wahrscheinlich noch noch viel andere Dinge zu tun oder halt weniger Interesse daran. Aber da siehst du ja auch eigentlich, dass da halt auch eine Menge Leute sind, die eben nicht so sich alle Seiten mal angucken und dann irgendwie das ja alle irgendwie so reflektieren und allen mal zuhören und sich dann ein Bild machen, sondern dass Leute schon vorher ein Bild haben. Ich werde hier in deinem Chat auch andauernd gefragt, was ich von bestimmten Kanälen halte. Beispielsweise Mark Reicher, Mr. Wissen to go worden genannt. Ich habe auf meinem Erstkanal tatsächlich Ja, auf meinem Erstkanal habe ich schon Reaktionsvideos. Die könnt ihr euch gerne ansehen. Da sage ich, was ich von diesen Leuten halte. Also müsst ihr das nicht jedes Mal extra nachfragen. Könnt ihr auf den Kanal gehen und euch das ansehen. Okay. Hast du Videoempfehlungen, warum es mit den Preisen in Deutschland so schlimm ist? Weiß ich nicht. Ich nicht, du vielleicht. Videoempfehlungen? Also ich weiß ja nicht, was er mit den Preisen meint. Also die Energie- und die Nahrungsmittelpreise sind vor allem gestiegen, weil die Börsenpreise so gestiegen sind. Das ist halt eine Folge des westlichen Wirtschaftskrieges gegen Russland. Und der Konjunkturerholung nach Corona. Also die Preise waren ja vorher schon ein bisschen gestiegen. Da gibt es ja auch massive Spekulationen. Das ist auch noch ein anderes Thema, über das man vielleicht mal gesondert reden reden sollte. Das spricht Heiner Flassbeck ja auch jedes Mal an, wenn es um die Rohstoffbörsen geht. Da massiv spekuliert wird und die Preise damit viel stärker steigen, als sie es bei Knappheiten eigentlich tun würden. Das haben wir dieses Mal wieder erlebt. Das erlebt man jedes Mal. Dafür müsste man wahrscheinlich Rohstoffspekulationen politisch einschränken. Oder international auf Preisabsprachen bei wichtigen Rohstoffensätzen. Also das ist aber jetzt zu weites Thema. Ihr sagt gerade jemand, was du bei MixTalk ansprechen wolltest, aber nicht durftest, wo man dich dann unterbrochen hat. Ja, das war ja das Internet, was mich dann unterbrochen hat. Also es war fünf Sekunden weg und wenn das fünf Sekunden weg ist, wird man anscheinend automatisch rausgekickt und kommt auch nicht wieder rein. Auf jeden Fall, da wollte ich diese Lohnungleichheiten in der Europäischen Währungsunion nochmal erklären. Also warum Deutschland auf eine Strategie des Lohndumpings gesetzt hat, eben um diese Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen, um die Exportindustrie aufzublähen, um Wachstum auf Kosten seiner europäischen Handelspartner zu generieren und warum gerade hier eine Mindestlohnerhöhung Abhilfe schaffen würde, warum Erhöhung von Sozialleistungen, Ausbau des Sozialstaats und höherer Staatskonsum hier Abhilfe schaffen würden, warum wir keine Angst vor beispielsweise einer deutlichen Steigerung der Rente finanziert durch zusätzliche Staatsschulden haben sollten. Also das war ja eine Maßnahme, für die ich da, für die ich mich da ausgesprochen habe. Aber man kann auch direkt die Löhne erhöhen, man kann Mindestlohn erhöhen. Also wie gesagt, die Löhne müssen hauptsächlich steigen und als nächstes kann man dann also als zusätzliche Maßnahme sicherlich den Sozialstaaten deutlich ausbauen, an den Stellen, wo es sinnvoll ist. Und die Rente ist, glaube ich, der Ort, wo man den Sozialstaat, ohne dass es große negative Folgen hat, sondern ganz im Gegenteil, positive Folgen, wenn es weniger Altersarmut gibt, wo man den, glaube ich, am besten ausbauen kann. Aber die alten Leute, die arbeiten ja gar nicht mehr, die tragen ja gar nichts zum Wirtschaftswachstum bei. Da hast du keine Ferienreize. Ferienreize. Also wenn du jetzt bedingungsloses Grundeinkommen hättest und da kann ja keiner leugnen, dass dann viele Menschen sagen würden, okay, ich arbeite jetzt vielleicht viel kürzer, als ich es vorher gemacht habe oder ich arbeite gar nicht mehr. Da hättest du diese Nebeneffekte, dass dann die Produktion sinken könnte. Das hast du bei den Renten nicht. Die Leute arbeiten ja sowieso nicht mehr. Also kannst du denen ruhig mehr Geld geben, ohne dass du irgendwem schadest, ohne dass du die Produktion damit einschränkst, sondern ganz im Gegenteil, du sorgst dann dafür, dass es den Leuten besser geht. Aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Die leben dann von meinem Geld, von meinen Steuergeldern. Nein, nein. Also Rentner, übrigens interessante Zahlen. Das ist nur, was man auch oft hört dann. Es kommt ja immer dieser Rentenzuschuss für 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt, aber Rentner zahlen weit über 100 Milliarden Euro als Steuern. Das habe ich auch erst letztens gesehen. Also Rentner zahlen mehr Steuern als das Bundeszuschuss aus dem Bundeshaushalt gibt. Das ist auch ein interessantes Detail an der Stelle. Und nein, man kann sich ruhig dauerhafte Staatsschulen leisten. Wir haben aktuell, die Unternehmen sind Netto-Sparer, die Privathaushalte sind Netto-Sparer. Wenn der Auslandssaldo auch auf Null soll, dann muss der Staat Schulden machen, um diese Sparsum auszugleichen, die privaten Haushalte und die Unternehmen jedes Jahr in die Waagschale werfen. Es geht nicht anders. Andernfalls schrumpft die Wirtschaft. Du hast vier Sektoren und wenn alle versuchen zu sparen, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Also Schuldenbremse raus. Die muss weg, ersatzlos streichen, genauso wie die Maastrichter Schuldenregeln. Das geht nicht. Und wenn du Schulden abbauen willst, dann musst du Vermögen abbauen. Und dann musst du an Vermögensabgabe, Vermögensteuer oder sowas denken. Oder Unternehmensgewinne vielleicht mal höher besteuern, damit die Unternehmen wieder von ihrer Netto-Sparer-Position runterkommen. Aber was ist, wenn dann die ganzen Reichen ins Ausland gehen? Tun sie ja nicht. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Naja, tun sie nicht. Ist ein Mythos. Das kann man ja nur, wenn man selbstständig ist. Wenn man jetzt irgendwie, so wie ich, ich könnte das machen. Aber ich mache das jetzt ja auch nicht. Ich könnte jetzt woanders günstiger leben wahrscheinlich, aber ich lasse es ja trotzdem. Weil die hier, also 90 Prozent aller Spitzenmanager und aller Milliardäre weltweit leben in ihrem Heimatland. Und die Länder, wo deutscher weißen, den Auswandern sind Österreich und die Schweiz. Kultur und Sprache binden auch superreiche, auch Spitzenmanager, eben wesentlich stärker an ihr Land, als uns das gerne eingeredet wird. Ja, also ich hätte da auch eigentlich, ja gut, ich kann es bei Influencer nachvollziehen, wenn die täglich auf der Straße erkannt werden, dass sie da irgendwann keine Lust mehr drauf haben. Das haben ja aber andere Prominente auch schon gemacht. Also Fernsehprominente sind doch in der Regel auch irgendwie nach Los Angeles oder nach Mallorca oder sonst wohin ausgewandert, wo halt nicht die ganzen Tag irgendwer bei denen vor der Tür steht. Also wenn du ein bekannter Fernsehschauspieler oder Filmschauspieler bist oder Musiker oder so und du läufst halt einfach irgendwie durch Berlin oder Hamburg, dann wirst du halt andermann angequatscht von irgendwem und Leute fotografieren durch das Fenster oder sowas. Also gibt es ja auch nochmal andere Gründe als nur das Geld. Ja, dieses Problem mit den Auslandsinfluencern oder Leuten, die selbstständig sind, ins Ausland gehen, das könntest du auch relativ leicht lösen, Besteuerung an die Staatsbürgerschaft binden. Wenn du im Ausland bist, musst du, wenn du deutsche Staatsbürgerschaft hast, in Deutschland Steuern zahlen. Ich meine, du kannst ja ins Ausland auswandern, dann eine spanische, eine französische, eine zyprische Staatsbürgerschaft annehmen, wenn du das lieber willst. Aber wenn du Deutscher bist, dann zahl auch in Deutschland Steuern. Ich glaube, die Logik dahinter war ja offiziell, dass du für das bezahlst, was du auch in Anspruch nimmst. Also wenn ich jetzt auf Madeira wohne und in Deutschland die Straßen und die Schulen und so erneuert werden, die nehme ich ja gar nicht in Anspruch, wenn ich dann in Portugal sitze. Ja, ist doch völlig egal, ob du irgendwas in Anspruch nimmst. Du bist Deutscher, du hast das Bildungssystem dieses Landes genossen, du hast die Kultur, die Sprache gelernt und wenn du mit diesem Land nichts mehr zu tun haben willst, dann solltest du das dürfen, aber dann gib auch deine Staatsbürgerschaft ab. Ich glaube, das würden die meisten nicht machen. So schaut's aus, sagt jemand. Gut. Stimmt, der Kaspar-Kast reagiert gerade auf dich. Auf das, was jetzt gerade passiert oder auf was altes? Ich glaube, auf deine Reaktion auf Baba Bartonek und mich. Ach man, warum das denn jetzt schon wieder? Ja, also ich glaube, ich gucke mir das gar nicht erst an. Ich glaube, der wird dann schreien, dann wird er sagen, Geist ist krank, dann wird er sagen, jetzt bin ich hier schon fünf Minuten drin und der hat noch gar nicht über die Ausländer geredet. Okay. Das kannst du dann ja gucken. Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, als Abschlussfrage, würdest du mit jemandem, also nicht mit jemandem, würdest du konkret mit Kaspar reden, wenn er dir ein Gespräch anböte? Boah, auf den habe ich echt nicht so Bock. Nicht über Migration, sondern über andere Themen da? Nee, ich glaube nicht. Also es gäbe andere Leute, mit denen würde ich vielleicht reden, aber boah, auf den habe ich wirklich keinen Bock. Also ich habe halt gesehen, dass der irgendwie, der hat zwei, dreimal Videos von mir angeguckt und der hat halt nur gebrüllt. Also warum soll ich mit jemandem ins Gespräch gehen, der die ganze Zeit nur irgendwie geisteskrank schreit oder mir irgendwelche Dinge unterstellt oder so? Also die haben zum Beispiel den Talk von, da war sogar Schlomo noch mit bei, die haben in der Honigwabe den Talk von mir mit Undine und Amaya angeguckt und die haben überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Also die haben auch irgendwie einen Zusammenschnitt davon gehabt. Da war das Intro abgeschnitten und wo ich erklärt habe, wer die beiden Gäste sind, wer wo steht und die haben einfach von vorne bis hinten nicht verstanden, worum es ging und dann gesagt, hä, aber das ist doch ein Argument für die gegnerische Seite. Und man denkt, ja, aber das ist ein Argument für die eigene Seite. Ihr habt nur irgendwie von Anfang an falsch zugeordnet, wer wo steht. Also da ging es um Transpersonen im Sport. Da war Undine eher kritisch gegenüber. Dann hatte ich noch Amaya eingeladen, die sagt, dass das ganz toll ist und ich dachte, ich nehme mich ein bisschen zurück und versuche das Gespräch irgendwie zu leiten. Und die haben daraus irgendwie verstanden, wir finden das alle drei ganz toll und haben dann die ganze Zeit gesagt, ja, aber hä, jetzt argumentieren die ja dagegen. Ja, weil das die Idee davon war. Na gut, und sonst irgendwann, ja, irgendwann war, ich habe mal mit Erwin einen Podcast gemacht und wo wir beide Themen hinzugefügt haben und ich weiß noch, da hatte Erwin als Thema eingebracht, dass dieser eine 16-Jährige erschossen wurde in der Woche und gleichzeitig wurden in der Woche, glaube ich, noch zwei, drei andere Leute erschossen oder sind zumindest gestorben durch die Polizei und das eine war irgendwie bei einer Zwangsräumung und das andere, also man hat auch nicht zu allen gleichfähige Quellen gefunden, dass man darüber reden konnte. Ja, das hat Kasper halt geguckt und er hat die ganze Zeit wieder gebrüllt, hat dann gesagt, aha und ihr redet nur über den einen Fall mit dem Ausländer und er musste das unbedingt einbringen und es war, also ich habe es von der Liste abgelesen, das war Erwins Thema, ich habe es dann nur gelesen, so wie das war auch noch und wir haben über die anderen Themen auch geredet und er hat halt so getan, als hätten wir das nicht gemacht, dann, ich hatte die Frage gestellt, hätte es nicht andere Möglichkeiten gegeben, es klang halt irgendwie seltsam, dass ein, also ein 16-Jähriger, der gepfeffersprayt wurde gegen irgendwie, ich weiß nicht wie viele Polizisten das war und auf jeden Fall gegen mehrere Polizisten war und dass man dann sagt, es gab gar keine andere Möglichkeit, als den zu erschießen und nur, dass ich gefragt habe, gäbe es vielleicht doch eine andere Möglichkeit, das hat der schon so verstanden, wie ich will, dass der die ganzen Polizisten absticht und das geht halt nicht anders, wie kann man sich überhaupt trauen, diese Frage zu stellen und dachte ich auch, ey, wo bin ich denn hier gelandet, was ist das schon wieder, dann hat der noch irgendwie irgend so ein Eishockey-Video rausgesucht, als Beweis dafür, dass auch ein Polizist in einer Rüstung mit einem Messer verletzt werden kann, weil beim Eishockey, die haben ja auch so eine Rüstung an und da ist mal einer hingefallen und irgendwie mit dem Hals auf die Kufe von wem anders und der hatte dann einen Schnitt im Hals und dann haben die da irgendwie fünf Minuten Eishockey geguckt, als Beweis, dass ein Messer auch gefährlich ist, wenn man einen Helm trägt oder so, also ich weiß nicht, bisher wirkte das, jedes Mal, wenn mir gesagt wurde, der reagiert auf irgendwas von mir und ich gucke das, dann wirkte das so, als wäre der nicht daran interessiert, irgendwie über ein Thema zu reden, sondern dass er halt irgendwie schreit und seine Themen durchbringt und da weiß ich nicht, ist mir zu doof. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Auf mein Video wollte er nicht reagieren, was ich damals zu Honigwabe gemacht hatte, da meinte er, das sei zu kompliziert. Mir war wahrscheinlich zu technisch, ne? Ja. Hast du zu viele Fremdwörter benutzt? Ich weiß gar nicht, warum das so viele sagen, ich verwende gar nicht viele Fremdwörter, also das Schlimmste, was ich mal verwende, sowas wie Leistungsbilanz vielleicht. Ja, und dann sagen die, hä, was ist das? Und weiß nicht, wollen dann lieber über was anderes reden, sagen, nee, hier pass mal auf, Flüchtling mit Messer, das ist mein Thema. Und wenn du über irgendwas anderes redest, dann sagen sie, nee, 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 guck mal, Ali hat ein Messer, darüber reden wir jetzt. Und das ist dann, jede Sendung Thema, ist mir zu doof irgendwie, brauche ich nicht. Ja, in dem Sinne, war ein angenehmer Talk, das haben wir tatsächlich mal diskutiert, das haben wir, haben wir das vorher schon mal zu irgendeinem Thema gemacht? Ich glaube, wir waren sonst zu oft einer Meinung oder es war, wenn es mal nicht war, war es nicht wichtig genug? Das war jetzt schon wieder so technische Detailfragen, also ich habe beim Talk bei Erwin tatsächlich mitbekommen, dass viele Zuschauer das nicht verstanden haben, also meine Zuschauer im Erwin dann plötzlich irgendein Walkenlager zugeordnet und Erwins Zuschauer mich dann dem rechten Lager. Also das, also ich habe jetzt, deswegen habe ich ein bisschen auf deinen Chat geachtet, das scheinen die Zuschauer, die wir jetzt hatten, glaube ich, nicht gemacht zu haben. Die scheinen das etwas besser verstanden zu haben. Ja, hoffentlich. Also ich will auch niemanden irgendwie einem Lager zuordnen. Ich finde das auch blöde, wenn man direkt, ja, wenn sich jemand in Gespräch mit dir hinsetzt, wo du denkst, da ist irgendwie was zu holen, dass wir schon einen gewissen Konsens finden können, dann halte ich da nicht viel von, dich direkt irgendwie zu beschuldigen oder zu verprellen oder so sagen. Wenn man noch irgendwie einen Zugang zueinander hat, dann kann man natürlich auch auf so eine Art darüber reden, dass man sagt, okay, das und das finde ich vielleicht nicht so gut, aber ich weiß ja, dass du trotzdem korrekter Typ bist. Ja, es war ja, wie gesagt, nicht Erwin, es waren einige Zuschauer, die da sofort in dieses Lagerdenken gerutscht sind, obwohl Erwin und ich ja mehr oder weniger zum gleichen Lager gehören und das weiß ich nicht, wie man das den Zuschauern klar machen kann, aber hier war es heute anscheinend nicht so, also keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein Effekt von YouTube. Ich hatte das dann in den YouTube-Kommentaren gesehen, vielleicht sind die Leute in YouTube etwas mehr auf Krawall gebürstet als die Leute, die einen Twitch-Chat schreiben, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leute bei YouTube schreiben auch direkt nach ein paar Minuten schon einen Kommentar und die Leute, die, also ich glaube, YouTube läuft auch mehr nebenbei, weil man einfach weiß, ist egal, ob ich da jetzt kommentiere, die kriegen das gar nicht mit und hier weiß man ja, wenn die jetzt hier live irgendwas reinschreiben, dann antworten wir vielleicht drauf. Deswegen schreiben bei YouTube, glaube ich, auch so ein bisschen andere Leute und dann ein bisschen auch mehr die Leute, die irgendwie wütend sind und sich auskautzen wollen und sich aufregen wollen. Also ich glaube, bei Twitch, wenn du da pro Stream 100 Nachrichten oder so reinschreibst, dann hast du ja mehr ein Interesse daran, dass du irgendwie eine kurze Nachricht bringst, die auch gelesen wird, vielleicht wird dann auch was wieder geklärt, was man falsch verstanden hat. Bei YouTube hast du ja richtig oft auch so diese Wall of Text, weil jemand irgendwie sagt, so ich möchte jetzt zu jedem Thema meine Meinung sagen und da sind dann ja richtig oft Folgefehler drin. Wenn du denen dann direkt im ersten Satz sagen würdest, so meinte ich das gar nicht, dann könnten die sich den ganzen Rest ja sparen. Man kann Kommentare auch strukturieren, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann möglichst Punkte, die unabhängig voneinander gelten können und nicht aufeinander folgen. Ja, aber da setzt du wieder viel voraus, das macht ja nicht jeder. Also Leute, ich muss auch zugeben, die YouTube-Kommentare, ich lese die immer weniger. Also ich habe früher mal, glaube ich, fast alle gelesen, also auch, als ich nur noch einen Kanal hatte, aber jetzt, wenn ich irgendwie fast täglich aus dem Stream irgendwie so einen Highlight-Trip hochlade, die lese ich gar nicht mehr alle. Ja, auf dem Erstkanal lese ich alle, auf dem Zweitkanal nicht, das sind zu viele. Mhm. Gut. Gibt es noch irgendwas, was wir bereden müssen, bevor wir hier ausmachen? Nö, nö. Hast du noch irgendwie letzte Worte, die...